Wir werden Bloodborne spielen. Ich habe seit relativ langer Zeit keinen Run mehr gemacht. Ich glaube, das letzte, was ich im Spiel gemacht habe, war, ähm... Ich habe bis zum Anfang von dem Any% Run geübt. Und ich kann euch versprechen, daraus ist nicht viel geworden. Aber, ich dachte, bis mal wieder Zeit für den guten alten Bloodborne Run. Und deswegen machen wir das. Es ist ein paar Jahre her, seit ich gespielt habe. Und ich habe vor, alle Bosse zu machen. Ich will die Anfangskatze wirklich nicht anschauen. Guter Name. Äh, kann ich mein Aussehen einfach laden? Wir haben das und das. Mir gefällt der, ehrlich gesagt. Bleiben wir dabei. Ich will nur gerne seine Haare ändern. Haare? Yeah. Vielleicht will ich seinen Bart auch noch ändern. Haben wir nicht einen alten... Können wir nicht einen alten Mögi machen? Quasi. Ziemlich, äh, neckbeardlastig, aber... Und man soll sich, äh, wohl nichts vormachen. Okay, 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 okay. Das ist ja was, nein. Wir machen, das ist ja realistisch ein kräftiger Unterkörper. Okay. Ich würde sagen, wir sind bereit für, äh... Oh, welche Klasse will ich denn nehmen? Äh, ich hab keine Ahnung. Leben voller Gewalt. Professionell Militärveteran. Noble Abstammung. Grausames Schicksal. Nichts Nutz. Ich glaube, ich nehme Militärveteran. Der scheint ziemlich gut zu sein. Nichts Nutz, wer verlockend, aber es dauert... Man muss erst den, äh... Man muss erst Gascoil besiegt haben, bevor man Level-Ups machen kann. Äh, ich hab mir überlegt, was wir... Also, genau, wir werden alle Bosse in diesem Run machen. Und ich denke, als Waffe werde ich, äh... Ich will mit der guten alten Axt mal wieder spielen. Sonst mache ich üblicherweise Sawcleaver, was mit die stärkste Waffe im Spiel ist, aber... Ich bin in der Stimmung für die Axt. Und das wird ein absolutes Abenteuer. Man braucht nur Einsicht. Ja, lass uns mal anfangen. Ja, ich hätte gern ein bisschen Blut. Ich werde auch DLC mitmachen, ja. Ich will den Stock nicht. Ich will die Axt. Die Axt ist super spaßig im zweihändigen Modus. Okay, so was? Nein, ich will, ich will, ich will auch die Katze nicht anschauen. Ich dachte, ich will sie kurz anschauen, aber mein Gott, das dauert Jahre. Ich hab nicht ewig Zeit. Wir, äh, wir haben ein Spiel zu spielen. Äh, hab ich schon gemerkt, dass es ein paar Tage her ist, seit ich es jetzt gespielt hab. Das heißt, das wird wahrscheinlich, ähm... Es wird ziemlich übel ausgehen. Ich denke, ich werde generell mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Oh, schau euch die Hosenträger an. Oh, die PS4, äh, hebt ab. Also. Wollen wir schon... Ich schau mal, ob ich den Wolf gekillt bekomme, okay? Au. Das war es nicht. Okay. Der alte Mögi hat's immer noch raus. Okay. Dann können wir unser Abenteuer starten. Warum lag das Spiel so? Keine Sorge, das ist die, äh... Das ist die erweiterte PS5-Version. Die muss so laggen. Dann nehmen wir noch ein paar Kugeln mit? Yes. Äh, ich glaub, hier gab's sonst nichts. Wie Fahrradfahren. Nein, tatsächlich, äh, spielt er sich gerade super ungewohnt für mich. Mein Lieblings-Waffel-Spiel ist immer unter 2 und Hammer mit dem Einhand-Schwert, auch wenn's nicht die beste Waffe ist. Ich find's nicht mal die... Äh, ich find nicht mal, dass es eine spaßige Waffe ist, ehrlich gesagt. Äh, also das ist jetzt ein bisschen unangenehm an der Stelle hier. Ganz ruhig bleiben, mein Freund. Oh, ich hätt die Leiter wahrscheinlich schon runterlassen sollen. Da wollen wir eine Blut-Viole. Weg. Ich will das nämlich mitnehmen. Ein kleiner Molotow-Cocktail. Wenn bei Sneevern man den mal im Kampf gegen einen gewissen, äh, Pater brauchen wird. Und schon sind wir weg und können eine Waffe holen. So weit, so gut, würde ich einfach mal sagen. Der Run ist quasi gewonnen. Wir sind so gut wie durch. So gut wie durch. Und jetzt ist es an der Zeit für glorreiche Bloodborne-Ladezeiten. Denn davon hat das Spiel... Oh, die können Leitern hochklettern? So zivilisiert. Davon hat das Spiel eine Menge. Ich mein, ich brauch den Molotow-Cocktail nicht, aber ich will ihn einfach haben. Vielleicht hab ich Durst zwischendrin. Dann will man einfach das trinken, was man in Russland drüben trinkt. Irgendwas brennendes. Also, was haben wir alles für eine Waffe? Genau, ähm, ich mein, ich nehm die Jägeraxt. Die Jägeraxt ist schwer in Ordnung. Jägerpistole. Donnerbüchse ist nämlich, äh, schwer nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Halt da! Wir sind uns in der Hölle, alter Mann. Und so... ...hab ich ihn besiegt. So, wie spielt sich das Spiel nochmal? Das Wichtigste ist natürlich der aufgeladene R2. Ansonsten eine Hellebaden-Move-Set. Transformationsangriff ist ziemlich langsam, aber ich glaub, der ist okay. Was ist eigentlich, wenn ich, äh, Backstep mache und dann zuschlage? Stich mit der Axt. Das sieht ein bisschen sehr wackelig aus. Aber okay. Äh, wo komm ich zurück? Zentrum von Yharnam. So komm ich zurück. Steigt das weiße Zeug aus der Puppe? Ich spucke auf die Puppe. Möglich spielt Bloodborne. Ich dachte, das nächste Woche Weihnachten. Nein. Es geht los. Apropos. Äh, ich hab... Ich werde nächstes Wochenende übrigens nicht ausfallen lassen. Das heißt, wir werden mit einer perfekten Streak an Streams des Jahres noch beenden. Wenn ihr so, äh, scheiß langweilige Weihnachtsfeiertage habt, dann hab ich gute Neuigkeiten. Streamen wird noch langweiliger. Ja, wird nicht so langweilig, aber... Es wird viel Isaac. Eine gute Daily Challenge. Das wär das Leben. So, was machen wir überhaupt am besten jetzt? Äh, wir könnten hier mal eben runterschauen. Ich mein, der andere Weg ist relativ unnütz. Ich weiß gar nicht mal, wo ich das... Hier in dieser Stadt. Diese Stadt ist riesig. Yeah. Das ist eine vernünftige Waffe. Man fällt es der Brandung, wenn die Einsamkeit kickt. Ganz recht. Ich denke übrigens, wir werden den, äh, Run heute nicht fertig machen, denn... Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Ich denke, an den werde ich dann im Laufe der nächsten Woche noch, äh, den Rest von dem Run machen. Wegen dir war Isaac das Spiel um eins mal im Recap. Hey, wie hast du gerade daneben geschlafen? Bist du dumm? Bist du blöde? Mir wurden auf Twitter, glaube ich, zwei Recaps geschickt von Leuten, wo ich dann irgendwie... Die Recaps waren aber suspekt. Ich hab gesehen, dass alle anderen aus meiner Timeline, äh, Millionen Tweets liken, wo Leute sagen, Oh, du bist auch manchmal im Recap Platz 1. Ich nirgendwo. Zum einen. Zum anderen. Äh, die... Die zwei Leute, die mir den Recap geschickt haben, bei denen waren nicht mal in den Top 3 Spielen irgendwo, äh, Isaac oder Darks oder so, 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 bei oder irgendwas, was ich spiele. Da dachte ich mir, hm. Er hat mich bestimmt, äh... Viel, äh, geschaut. So viel streamst du nicht? Ich stream... Was heißt, so viel streamst du nicht? Das sind ungefähr 10 Stunden pro Woche. Ich mein, gegen Ende jetzt. Zwischenzeitlich mehr, zwischenzeitlich weniger. Aber komm, ich stream ausreichend inzwischen. Komm schon. Ich werde übrigens Bloodborne nicht erklären fürs Protokoll. Ich geh einfach davon aus, dass sie ja, äh, vertraut sagt. Ich weiß nicht, ich kann eine Sache erklären. Wenn man Schaden von dem Gegnern hat, man kurze Zeit nochmal Zeit, um, äh, dem Gegner Schaden zu machen, um die verlorene Lebenskraft wieder zurückzubekommen, oder einen Teil davon. Au. Seht ihr, der orangene Balken hier? Wenn ich jetzt, bevor er wegläuft, den Gegner schlage, komme ich lebend zurück. Oh, der lebt noch! Uh! Blutvieh, oder? Nein, 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 nein! Das läuft überhaupt nicht gut. Äh. Die Axt ist vielleicht doch eine schlechtere Waffe als zunächst gedacht. Oh, schaut euch, schaut euch, schaut euch an, wie sie im Hintergrund, äh, weil sie so weit weg sind, mit 5 FPS vor sich hinlegen. 5 FPS Gaming? Da bin ich kein Fan von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich erkenne den Unterschied zwischen, äh, 5 und 15. Sicher ist, dass es nicht dein erster Run ist? Nicht so sehr. Das ist mein erster Run in diesem Jahr. Quecksilberkugeln. Quecksilberkugeln. Wir haben so viel, als wir sie bereits zur Seite legen. Und hier, Blutviolen, 2 Stück. Wir sind spät dafür. Oh Gott, da sind noch mehr. Die Jungs sind da. Die großen, bösen Jungs. Weg! Yes! Jetzt spielen wir einen vernünftigen Mario-Teil. Ich hab, ich hab's immer noch drauf. Ah, Gott, dann killen wir Aileen. Nein. Sag mal, warum sind hier so viele? Oh mein Gott. Es sind einfach so viele Gegner hier in diesem ersten Raum. Dieses Spiel macht keinen, äh, leichten Anfang für die Leute. Warum haben die alle Quecksilberkugeln? Die haben noch nicht mal eine Schusswaffe. Ich brauch, ich brauch Blutviolen. Da vorne ist noch einer. Wollte mich verarschen. Weg! Es gibt keine Stelle in Dark Souls 2, die Hardware-Technik überhaupt in der Lage wäre, so viele Gegner zu rennen, wie es hier aktuell der Fall ist. Ich meine, man hätte einfach durchrennen können, aber wir wollen heute ein bisschen Spaß haben. Dementsprechend würde ich sagen, äh, Was seid ihr davon, wenn wir den, äh, Schwambe da drüben mal ein bisschen herausfordern? Ich mag's erstmal, äh, dass die Kleidung so ein bisschen blutgetränkt ist. Oh. Vorsicht, Freund. Legt sich hier mit nem, äh, mit dem Dämon an. Und da haben wir die gute alte Fackel, die für nichts gut ist. Na, wofür ist die Fackel gut? Man muss einfach nur die Parrys raushaben und dann bekommt man kein Problem in diesem Spiel. Ah, einfach nur die Parrys raushaben. Ah, gehen wir hier runter? Ich höre mir noch ein paar gratis, äh, Echos ab. Sind keine, äh, Seelen. Ich würde sehr zu schätzen wissen, wenn ihr ja auch, äh, daran denkt, sie nicht als solche zu adressieren. Das ist ein Fehler, den ich zum Beispiel nicht mache. Äh, die Blutdech aus Seelen nennen. Das ist nämlich ne komplett andere Sache. Außerdem, von, äh, Grande Bombasa. Äh, 100 Bits. Wie viel lieben Dank. Hier ist noch ein, äh, Hund. Nein! Nein, geh weg! Okay, zweihändig macht man mehr Schaden als einhändig. Aber man ist auch ein bisschen langsamer. Kaltbluttao. Der gefriert einem das Blut in den Adern. Für Licht. An welcher Stelle braucht man mehr Licht in diesem Spiel? Ich, ich kenne da so einen sicheren Zufluchtsort. Hallo, aufmachen. Ihr habt gebetetetet somit, wenn du hier bist. Ist das nicht einfach? Generellt, wenn du mir nicht bist? Ja, ich sollte wissen. Ja, das ist gut für nichts. Kein Respekt für die Verzüge, dass das heißt. Ja... Das ist gut, wie die Omerarten tra objectiont. Vomögen. Guck das. Ich halte dich für ziemlich verrückt, ja. Ich weiß nicht mal, warum sie so wütend ist. Ja, charmante Persönlichkeit. Können wir vielleicht... Oh. Ist einfach nur wirklich leise. Ich habe die Stimme schon auf dem Maximum hochgedreht. Und dafür zahle ich auch noch meine Blut-Echo-Steuern. Mir wird schlecht. Da wird mir Blut schlecht, du. So, in dem Raum gibt es eine Menge zu holen. Kaltblut-Hau. Der Trick hierbei ist es zuzuschlagen und nicht herunterzufallen. Und das hinzubekommen ist leider nicht so leicht, wie man sich wünschen würde. So kommt man da hoch. Wie, du wusstest nicht, dass man durch das Fenster durch kann? Da bekommt man sogar eine Waffe da unten. Äh, wie komme ich jetzt aber runter? Ich denke, ich werde außen rumgehen. Okay. Oh, da bin ich bei... Ich bin jetzt bei Aileen, oder? Oh, ja. Die Krähe. Wow! Das Zeichen eines starken Jägers. Das sind quasi Hormod-Bones, meine ich. Ähm, man könnte Aileen killen und dafür ihre Waffen bekommen. Ich meine, flesh-hungere Beasts. Ich meine, flesh-hungere Beasts. Soll ihre Leinen sagen? Okay, Moment. Umhang loswerden. Äh, a hunter must haunt. Plates of Mercy macht schon Spaß. Ja, wir sind erst, ähm, wenn man irgendwie auf 50 Dex ist oder so, werden sie stark. Davor sind sie bemerkenswert schwach. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie die Aileen, äh, Crestline geht. Aber wir werden sie wahrscheinlich noch, äh, eins, zwei Mal antreffen. Soll man, kann ich hier noch irgendwo zurück? Ja, aber ich kann ja gar nicht mehr zurück. Da würde ich sagen. Wir gehen da jetzt runter. Uuuuh. Da ist mein Werwolf-Freund. Traust dich wohl nicht, eine Frau zu schlagen? Nur eine, die schwächer ist. Und Aileen ist nicht schwächer. Aileen ist sehr viel stärker als ich. Oh, eine Blutzeinscherbe. Yes. Oh, was für ein Drop. Ich meine, ich denke, sie wird uns was bringen. Ich bin mir nicht mal sicher. Nein, 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 nein. Au. Komm, schon aus nächster Nähe ins Gesicht schießen. Was, was soll das denn? Kann man das erste Upgrade schon mit einer, äh, Scherbe machen? Oder braucht man drei dafür? Komm mal her. Yes. Seht ihr? Gewisse Dinge habe ich noch raus. Gewisse Dinge habe ich noch, äh, im Gefühl. Ich spiele, wie lange es dauert, dass mit dem neuen DLPS4 Jailbreak ein Bloodborne Randomizer kommt. Aber es gibt auch ein Bloodborne Randomizer. Schon seit relativ langer Zeit. Oder nicht? Okay, da ist noch einer mit einer Donnerbüchse. Nein, ich bin nicht. Oh Gott. Das ist plötzlich sehr schief gegangen. Er ist einfach, äh, wie ein wilder Boris Becker von der Seite angerannt gekommen. Was, was, was hätte ich machen sollen? Zugefügtes Organ. Ich hätte gern zugefügtes Organ. Also, gehen wir den ganzen Weg doch noch einmal. Nur dieses Mal beeilen wir uns. Hey Jungs. Wir haben auf der Durchreise. Alles cool. Wir sehen uns. Aber warte, hier oben war auch schon eine Blutsteinscherbe. Fällt mir gerade auf. Oh, hey, hey, hey. Das ist nicht cool. Und hier lernen wir wieder, der magische Trick, Soul-Spiele zu spielen, ist einfach an einem vorbei zu rennen. Die Gegner sind bemerkenswert schlecht darin, einen zu treffen, wenn man einfach rennt. Bis auf den Schützen, da muss man ein bisschen im Zickzack laufen. Er ist nicht sonderlich gut ausgebildet in seiner Kunst. Deswegen lässt er sich davon sehr leicht aufhalten. Hallo. So, und wir sind schon wieder quasi dort, wo wir vorhin aufgehört haben. Was ist mit dir? Hallo. Nein, ich habe keinen sicheren Ort. Ich mag es, dass sie noch weiter weg hat, während ich schon lange weg bin. Ich meine, das ist kein Fenster. Sie kann nicht sehen, ob ich da bin. Sie hofft einfach, dass sie noch mit jemandem redet. Oh, noch eine Blutscheinscherbe, was? Und wenn da jemand wäre, dann... Beziehungsweise, wenn sie Fenster hätte, dann wären die sowieso zugenagelt, weil hier sind ein paar Monster unterwegs. Es ist die Nacht der... bösen Jungs. Oh, zwei Blutfiolen. Yes. Die waren ziemlich wichtig soweit. Dribbst du noch was? Ich meine, es wirkt jetzt erstmal so, als hätten wir nur Quecksilberkugeln, aber glaub mir. Man kann gar nicht genug haben von irgendwelchen Ressourcen in diesem Spiel. Was wäre von euch halt jetzt? Oh Gott, ist einer da hinten. Oh Gott, der hat eine andere Waffe. Oh yes, wir haben es. Ich habe große Angst vor dem. Der dumme Schütze hat meine Echo... Fuck, warum lebst du noch? Okay, wer haben sie? Oh, als ob der noch gelebt hat. Oh Gott. Bloodborne Dark Souls 1 braucht professionelle Meinung. Was ist Bloodborne Dark Souls 1? Was du jetzt spielen willst? Ich würde jetzt Bloodborne spielen. Nightbot ist so ein Verräter, er ist kein Zap. Oh yeah. Ich habe mich nie darum gekümmert, den permanent gesuppt zu lassen, aber... Oh, beide Spiele gleichzeitig, das wäre... Ah, die Krähen. Die fressen doch Steine, um zu verdauen. Ich sehe dich. Glauben wir, die verstehen sich gut mit Eileen oder eher weniger? Hey. Ölurne. Oh, die Ölurne. Wollen wir mal was Lustiges sehen? Ist nicht so lustig, aber... Prinzipiell kann man hier vorbeilaufen. Ich habe die Kamera nur kurz die falsche Richtung gedreht und bin fast runtergefallen, aber... Es ist möglich. Oh, das heißt, wir können eigentlich direkt das da unten mitnehmen, fällt mir gerade auf. Das ist ziemlich lustig, oder? Nein! Nein, ich werde es mitnehmen. Ich glaube, das war eine Rüstung. Ich kann nicht mehr. Yeah. Es ist schon sehr lustig. Ja, das ist ein normaler Bloodborne Run. Oh Gott. Nicht, nicht. Komm schon. Diesmal schaffe ich es. Yeah. Yeah. Oh, hier ist eine Blutsteine-Scherbe. Das wäre eine Rüstung, aber... Ich glaube, die Scherbe ist mir sogar noch ein bisschen lieber, ehrlich gesagt. Das sind Echos. Hat es irgendjemand Seelen genannt? Da kann ich nur den Kopf schütteln. Ah, ich glaube, da oben kann ich den ersten Shortcut freimachen. Die Rüstung ist woanders. Ich sehe schon. Fashion Bond muss warten. Nein, wir kommen noch dazu. Spätestens, wenn wir Gearsköln besiegt haben. Spätestens dann. Auf dem Friedhof gibt es nämlich eine ziemlich fesche Rüstung zu holen. Oh. Kann man hier nicht die Spieluhr holen? Oh. Oh. Blutvieh holen. Yes. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Mach mal auf. Halt nicht. Ist okay. Ich bin gern hier draußen bei den Monstern. Oh, hier war das. Oh. Hallo? Wir finden deine Mutter, kleines Mädchen, Zwinker. Wir werden die Spieluhr nicht verwenden. Ziemlich silly von ihr, ohne die Spieluhr losgegangen zu sein. Das ist doch die Stimme von Sieglinde. Oh, das ist der Plotwist, auf den ich nicht vorbereitet war. Der Pater ist in Wirklichkeit Siegwort höchstpersönlich. Ich meine natürlich Siegmeyer, Verzeihung. Oh Gott, die halten so viel aus. Ich will das haben. Nein, 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 hört auf! Spielstopp! Ich sage es euch, die Range, die ich mit der Waffe habe, erleichtert mein Leben. Sonst sind die ein bisschen anstrengend, sind auch so ein bisschen anstrengend. Was hältst du davon? Blutviola? Quecksilberkugeln! Ich habe mir die Mühe für Quecksilberkugeln gemacht. Lass mich in Ruhe. Ich will gar nicht erst mit euch reden. Wisst ihr was? Ich werde einfach an euch vorbeirennen. Denn mir wurden nicht die Beine, äh, weg, äh, verfault. Das ist ein großer Vorteil für mich in dieser Situation. Oh, ihr hältet euch für besonders schlau. Was, wenn ich rennen würde? Hä? Okay, es sind echt viele Gegner. Weißt du, was für ein Bild du spielen willst? Äh, nicht direkt. Ich werde, äh, ich will erstmal bei der Axt bleiben. Und dann, keine Ahnung, wenn wir etwas Interessantes finden, würde ich sagen, ja, nehmen wir mit. Und wenn nicht, dann nicht. Oh Mensch, das ergibt gar keinen Sinn, den Fahrstuhl hochfahren zu lassen. Fahrstuhl, komm zurück! Ich brauche dich nochmal! Ey, 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 so kann ich den Shortcut noch nicht freimachen. Direkt ins DLC Säge holen gehen. Ich finde die Säge halt echt nicht so, äh, lustig. Ich meine, der L2 ist ganz unterhaltsam. Man kann halt nie wirklich einsetzen, ansonsten ist sie auch echt nicht so stark. Es hat an sich auch ansonsten so ziemlich die gleiche Anglos-Aimension wie die Axt. Äh, das wird bestimmt gut gehen. Du, komm mal her. Ja, ja, komm herunter, komm herunter, so was der andere uns nicht sieht. Nur wir beide, hier unten. Wir zwei Backstein-Freunde gemeinsam. Oh oh. Moonlight Greats halt aus dem DLC holen. Oh, du meinst, ich sollte direkt den ersten DLC-Boss machen. Oh Gott. Ich finde, ich sollte einfach den, äh, den, äh, Cors Parasite holen. Ich denke, das wäre eine gute Anfangswaffe, ehrlich gesagt. Das ist immer so eine Sache, wo ich sehr schade finde, dass Bloodborne, ich meine, es gibt viele Gründe, warum es schade ist, dass Bloodborne kein, ähm, äh, kein PC-Port hat. Aber, ich denke, die Tatsache, ähm, dass man nicht einfach sich, äh, Cheat Engine oder so, äh, coole Waffen für den Staat holen kann, das ist ein Grund. Wir gehen mal eben zurück. Ich will keine Shit-Waffe, ich will, ich will nicht Logarius-Wheel machen. Also, liebst du, hast du eine Lektion nicht gelernt, alter Mann? Oh, wir können die Axt upgraden. Oh, yes. Ich meine, nur einmal, aber dennoch. Ein Chalice-Dungeon-Enter wäre fantastisch. Hm. Nein. Fände ich nicht so fantastisch, ehrlich gesagt. Gibt's hier irgendwas Interessantes zu kaufen? Gönnen wir uns noch was, wir holen uns noch ein paar Blutvieh und für den Rest. Ja, der Hunter ist bereit zu handen. Schaut euch den Kragen an. Schaut euch die, äh, Hülsen an, die noch an dem Gurt hängen. Wir sind bereit, die Monze zu erschlagen. Man sollte zuschlagen, sondern die Violen billig sind, sondern sie noch billig und willig sind. Was denkst du über einen Blutstreitkolb? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass ich über Chalice-Dungeons jede Waffe an sich relativ früh bekommen kann. Aber dafür muss ich die dummen Chalice-Dungeons machen und ich würde lieber einfach das reguläre Spiel spielen. Ich hoffe, dass man mich lobt, wenn der Kragen oben ist, denn ich hab mir viel Mühe gegeben, um den Kragen oben zu halten. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden als davor. Du, komm mal her! Komm mal rüber! Hier, hier drüben! Du! Idiot! Mit deinem Freund ist es so egal, was mit dir passiert. Das ist die wahre Tragödie an der Geschichte. Au! Oh Gott, das war mies. Das war schon besser. Du brauchst nur den ersten zur Hälfte machen und dann kannst du einen Code angeben und zur Waffe laufen. Das sind dann weniger als vier Ebenen, die du machen musst. Ja, aber ich könnte auch stattdessen einfach das Spiel regulär spielen und keine dummen Dungeons machen. Und erst recht keine, fucking keine Ahnung, acht Ebenen oder so. Rein theoretisch musst du die ersten zwei Bosse im ersten Chalice, beziehungsweise Zugriff auf jede Maidenwaffe. Das ist halt... Du lässt das nach so viel weniger Aufwand klingen, als es das ist. In der gleichen Zeit, wie ich das mache, könnt ihr auch einfach zwei Bosse aus dem Hauptspiel besiegen. Und Spaß dabei haben. Apropos Spaß haben. Wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben mit einem Schwein. Äh, komm schon. Mach mal einen Angriff. Nicht den. Au! Nicht gegen Schwein sterben! Wir werden es jetzt einfach kälen. Oh! Das ist ein guter Angriff. Komm schon! Yes! Ich mag, dass es einfach explodiert. Ich glaube es gibt auch scheiß viele Blutviolen. Naja, nicht so viele. Das ist so versaut. Hey, das Segenjäger-Abzeichen. Uh, damit kann man, äh, Waffen kaufen. Kaltbluttau. Aber mir fällt gerade auf, wir haben so viele Dinge, äh, schon übersehen bisher. Wir haben nicht mal die eine, äh, den... Warte, wofür die Leiter hin? Wir haben nicht mal den anderen, äh, Pseidosawcleaver geholt, wofür ich die Leichen runtergeschlagen habe. Oh, wir haben richtig die Sau rausgelassen. Oh, da kommt man hier raus. Oh, das ist jetzt unangenehm. Äh... Wir sehen uns, Jungs. Wir sehen uns. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Los geht's! Mögt ihr süßes Blut? Ich weiß nicht, wie gut ich jetzt hinbekommen werde und es sorgt lieber. Der Hackfleischhassende Zerhacker. Ja, ich. Wie? Ganz ruhig bleiben. Kämpfen auf der Treppe. Wie wahre Männer es tun. Oh, der hat die Donnerbüchse gewählt. Seltsame Wahl, aber okay. Fällt gerade auf, ich hab den Transformationsangriff bisher gar nie verwendet. Au. Du bist gerade eben. Au! Der hat super mega Poise. Das ist so unfair! Komm schon! Yes! Oh, das ist so gut! Oh, das ist so gut! Da sagst du was, mein Freund. Komm schon! Yes! Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. Molotow Cocktail! Molotow Cocktail! Oh, das war ein Kampf! Das war ein guter Kampf, sag ich euch. Das war ein guter Kampf! First Try! Wuh! Ich hab nur zwei Heilungen gebraucht. Ich dachte nicht, dass das so gut laufen wird. Warum ist das so ein verdienter Sieg? Was soll das denn? Das war so ein verdienter Sieg. Das war die Definition eines verdienten Sieges. Übrigens, wenn man eben jetzt die Spieluhr verwendet hätte, das Item. Ne, wir können es mal verwenden. Dann wäre er kurz sehr gelähmt gewesen. Die ist ja ziemlich laut. Auf jeden Fall, äh, äh, das bedeutet, die eine, äh, das eine Mädchen, das wir gesehen haben, war seine Tochter. Auf jeden Fall. Er ist dann nur kurz gelähmt und es hätte den Kampf sehr cheap gemacht. Und was haben wir denn hier Schönes? Oh! Oh! Auf der Leiche der Frau ist also die prächtige Rot-Juwel-Brosche, von der uns das kleine Mädchen erzählt hat, das ihre Mama trägt. Hm. Hm. Mama-Gas-Coin. Dann würde ich sagen... Sie weiß, nein, das... Oh, ich will das, was die da hinten haben. Ich will das haben. Das ist gefährlich, da ranzugehen. Oh, Vorsicht, Freund! Nein, meine I-Frames! Ich mag die mit dieser riesigen Stangenwaffe überhaupt nicht. Aber es sind nur zwei Zeichen eines starken Jägers. Na, vielleicht wollte ich das nicht so sehr haben. Ah, gut, wir haben noch ein paar Blutviolen reingeholt. Dann würde ich sagen... Ich, ich gehe mal eben hier runter und hoffe, dass mir niemand folgt. Ich hoffe, dass mir niemand folgt! Weil der Weg, den ich gehe, ist wirklich dumm. Hm. Komme ich so überhaupt bei dem Mädchen noch an? Nein, wisst ihr was? Nein, wir müssen weitergehen. Ich glaube, wir müssen erst ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit die Sideways voranschreitert. Eileen steht hinter der Kirche an der Wand. Äh, du meinst hinter der, wo quasi unser nächster Checkpoint sein wird. Wenn ja, dann werde ich es hinbekommen, mit ihr zu reden. Dann will ich nur reden die Jäger hier einfach mal. So, wir gehen mal weiter zur nächsten Laterne und dann gehen wir zurück in den Traum des Jägers. Und dann, äh, dann solltet ihr die Sidequests weiter voranschreiten. Ja, ihr die Brosche geben müsst ihr jetzt gehen. Äh, ja, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob dann schon ein gewisses anderes Event, äh, vonstatten gegangen ist. Aber mal schauen. Ich mein, wir können uns dann sowieso näher zu ihr, äh, rüberworfen. Wenn das nicht unsere gute alte The Legend of Zelda Schatztruhe ist. Blut-Edelstein-Werkzeug. Blut-Edelstein-Werkstatt-Werkzeug. Das ist ein Wort. Willkommen in Yharnem. Erneut. Aber es ist gerade sehr auf der Treppe. Es scheint so viel angenommen als zwischen den Grabsteinen zu sein. Ja, Gerskorn wird man, ähm, auf der Treppe bekämpfen. Das ist so ziemlich, ähm... Ich weiß nicht genau, warum, aber das ist der effizienteste Weg. So ist es also in England. Ich mag's bei den Gräbern mehr. Ah, noch nicht meine Zweifel. Hallo! Hm? Hm? Oh! You must be... A hunter? Very sorry. The incense must have masked your scent. Good. Good. I've been waiting for one of your milk. These hunts have everyone all locked up inside. Waiting for it to end. It always does. Always has, you know. Since forever. But it won't end nicely. Not this time. Yeah, Corvette war für uns alle ziemlich unangenehm. The stench of blood. The snarls of beasts. None of them is too uncommon now. Yarnam's done for, tell ya. But if you spot anyone with their wits about them, tell them about this here, Urdenchapel. Das werde ich machen. Ist nicht wahr. Okay. Auch. Okay. Hm. Glaubt ihr, wir kennen da jemanden? Wer sich impfen lässt, hat die Message hinter Bloodborne nicht verstanden. Aber tatsächlich geht's um Bluttransfusionen. Oh! Höchst uncool, Meister. Höchst uncool. Ich bin grad auf der Suche nach Eileen. Zu meiner Verteidigung. Ich weiß noch nicht ganz, wo hinter der Kirche sein soll. Denn es gibt mehrere Ausgänge. Hey, das ist mehr oder weniger ein Lawrun, was wir hier gerade machen. Au. Das war gut. Okay. Beim fünften Versuch habe ich es noch geschafft. Ist sie hier drüben irgendwo? Manchmal habe ich das Gefühl, Parys sind zu effizient in diesem Spiel. Aus der Tür links, also hier, wo ich jetzt gerade bin. Also hier, wo ich jetzt gerade bin. Oh, jetzt haben wir mein Lieblingsoutfit. Geh da nicht hin. Ja. Yes. Jetzt sind wir bereit, Monster zu jagen, Gentlemen. Jetzt muss ich hier weiter, um Eileen zu treffen. Ich sehe auf jeden Fall keine Eileen. Und ich werde mal eben zurück gehen. Denn ansonsten muss ich hier noch ein gutes Stück weiter gehen. Und es ist mir zu weit. Wir haben nämlich noch zwei Sidequests zu erledigen. Schon wieder reingelegt vom Chat. Kann sein, dass sie erst nach Amelia da ist. Oh, hallo. Hallo, guter Hunter. Ich bin ein Kugel. Hier in diesem Traum, um dich nachzudenken. Honorable Hunter. Pursue die Echos der Blut. Und ich werde sie in deine Kraft schenzen. Okay. So verwirrt bin ich nicht, aber... Machst du Early DLC? Nein. May you find your worth in the waking world. Freude. Was, was... Sie kann doch auch, wenn man irgendwas macht, äh... Freut sie sich nicht auch mit? Ich glaube, man muss klatschen. Oh. Yeah. Yeah. Ganz recht. Danke schön. Danke. Sie war sehr beeindruckt. Aha. You must be the new Hunter. Welcome to the Hunters dream. This will be your home. For now. I am... G... G... Your friend to you Hunters. You're sure to be in a fine haze about now, but... Don't think too hard about all of this. Just go out and kill a few beasts. It's for your own good. Ich vertraue diesem Mann. You know... It's just what Hunters do. You'll get used to it. This was once a safe haven for Hunters. A workshop where Hunters used blood to enhance their weapons. And flesh. We don't have as many tools as we once did, but... You're welcome to use whatever you find. Even the dog. Should it please you. Okay. Also. Machen wir ein paar Level-Ups. Hey Puppe. Welcome home, good Hunter. What is it you just... Over time, countless Hunters have visited this dream. Oh. Oh. The graves here stand in their memory. It all seems so long ago now. Farewell, good Hunter. May you find your worth in the waking world. Two more weeks. Ahah. Even the fuhr was I can't even be seen in Schneider. Okay, she goes back to拿 wannabe's. Okay. Okay, so close attention. So close attention to emges. But as soon as you create a dream move. Wah. Is all over the plot. Motten. Das ist okay. Mach einfach eine neue. Steht ihr wieder auf? Ja. Wir sind nur... Das ist der Traum des Jägers. Bloodborne ist ein bisschen satt noch diese ganze Traum- und Wirklichkeit-Version. Und der Traum des Jägers... Er existiert nicht wirklich? Aber keine Sorge. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, inwiefern er nicht wirklich existiert. Ah ja, was mir gerade einfällt. War hier nicht noch jemand drin? Mit dem Fenster, mit der Laterne können wir mitquatschen. Hunter! Klingt ziemlich gesund, Gilbert. This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Sollst du mal einen Schnelltest vielleicht machen? Gilberth ist so eine Drama-Queen. Ich höre zu, Gilbert! Oh, ich kann den Flammenwerfer... Warum kann ich den nicht ver... Oh, ich brauche 8 R-Arkan. Bevor ich gehe, nimm meinen Flammenwerfer! Eine Spezialwaffe von Mitgliedern der Heiligen Kirche. Spuckt mit Hilfe von Blutgetränken Quecksilberkugeln als besonderes Medium versengende Flammen. Nicht gerade die effektivste Waffe, aber manchmal ist ein Flammenwerk einfach genau das Richtige. Außerdem muss bei den bestien Jahren es häufig aufgeräumt werden. Kann der Flammenwerfer gut sein? Ich glaube nämlich nicht. Dazu muss man sagen, ich weiß es auch wirklich nicht. Ist eigentlich schon ein bisschen Zeit vergangen in dem Spiel. Ich könnte schweren, dass die Farben ein bisschen kräftiger sind, jetzt wo wir hier unterwegs sind. Denn ich weiß, dass nach gewissen... Doch, der Himmel ist dunkler. Ich denke, es wurde ein bisschen später, oder? Vergeht schon Zeit nach dem ersten Bosskampf? Das bildest du dir ein? Ich meine, es kann sein. Ich habe mich schließlich an die... an die 20 FPS Performance gewöhnt. An dem Punkt sind meine Augen einfach... Das Spiel ist mehr wie ein Buch. Au! Der hat einfach den Arsch geschossen. Wo war noch mal der Shortcut zu dem kleinen Mädchen? Der war hier oben entlang, oder? War der hier oben? Ja, doch, doch. Der war hier... Ja, er ist hier, um genau zu sein. Wenn du Arcan pushen willst, kann dir gut sein. Ich habe einen Meme Run damit gemacht. War okay. Oh, ich will nicht Arcan pushen. Glaub mir. Ich habe von Bloodborne Demake gehört. Ich habe ein paar Clips gesehen. Ja. Hallo, Mr. Hunter. Still can't find my mum. Oh, er... Oh, um... Oh, er... Mr. Hunter... Was it really her? Mummy? Mummy? Leave me alone. Ich habe die Brosche abgegeben. Lustige Geschichte, was man mit der Brosche macht, wenn man sie selber behält. Man nimmt sie in die Hand und dann... Also man hat sie in der linken Hand und dann... Pulverisiert man sie mit der rechten Hand, um Upgrade für eine Waffe rauszubekommen. Das heißt, der Umgang, wenn man es nicht überreicht, ist äußerst respektlos. Man schlägt sie einfach kaputt. Komm, die Lichtverhältnisse sind doch anders als anfangs, oder? Erzähl mir noch nichts. Jetzt bin ich mir noch nicht... Ich fühle mich verrückt. Das ist nicht mein guter Stein oder so, man ist einfach ein Arsch an dem Punkt. Er ist ziemlich okay für den Anfang. Hallo! Nein, das du nicht. Ich habe einen sicheren Platz gefunden. Sehr gut! Mein Gott! Wie komme ich von yours zur nächsten Laterne am besten zurück? Oh, ich weiß wie. Wir nutzen das Zeichen eines starken Jägers. Außerdem von Grey God, frischer Zapf und von Hody McSackschweiß ebenfalls. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, wann kann ich die Sidequest, ähm... Geht die Sidequest bei den Mädchern eigentlich noch weiter? Wenn ich jetzt noch mal zu ihr hingehe, würden sie mir was anderes sagen? Denn ich... Ich meine, dass es da noch einen Dialog gibt, welcher mit ihrer Schwester zusammenhängt. Habe ich den verpasst oder kommt der noch? Ja, es gibt nicht wirklich spezielle Regeln im Run, aber wahrscheinlich machen wir eine Menge Sidequests. Das kommt ja später. Ah, okay, okay, okay. Dann sind wir so weit fertig für hier. Ah! Und, äh, wir könnten mal, ähm... Wir könnten mal zum Shop schauen. Da kann ich nämlich meine Jägerzeichen abgeben, um da ein paar neue Dinge zu kaufen. Wurfmesser? Nicht wirklich interessiert daran. Es gibt ein paar Waffen zu holen. Der Sägesperr! Nicht allzu interessant. Aber es gibt generell nicht allzu interessante Dinge. Hm, cool. Die Blutphiolen wurden vom Preis verdoppelt. Oh, was mir gerade einfällt. Moment! Moment, wir haben eine Menge Kaltbluttauer gefunden. Jetzt zieh mal ein bisschen kaltes Blut rein. Irgendwann werde ich mit dem gewundenen Stocken Run machen, aber nicht heute. Jo, reicht das für ein Level? Ich wünsche, ich hätte eine Puppe, die in meinem Traum auf mich aufpasst. Machen wir noch ein bisschen Stärke. So, und, äh, man kann vorher noch die, ähm, die Verbeugung machen. Nein, links. Äh, wie kann ich nach vorne zeigen, soll weg. Was ich gerne hätte, wäre Umhang loswerden. Okay, warte. Wie war nochmal, wie hat nochmal das mit den Shortcuts funktioniert? Man muss X gedrückt lassen und dann... Ist das nicht cool? Ist das nicht super cool? Sie hat keine Schwester. Das Nachbarmädchen lügt dich an, weil sie Haarspange haben will. Sie ist eifersüchtig auf das Mädchen. Schon eine ziemlich coole Haarspange, muss man sagen. Weil manche Gästen klatscht ja auch für einen. Ja, Säuna hatten wir vorhin schon. So, so einen kleinen Klatscher. Wenn das nicht die gute alte Frau ist. Oh, na, I haven't forgotten. Do you think I owe you something? Glaubt ihr, sie mag auswärtige nicht so sehr? Du kennst überhaupt nicht alle meine Tricks. Wenn du alle meine Tricks kennst, wie ist es dann mit? Yeah. Dachte ich mir. Triumph! Yes! Der ultimative Triumph ist die Single. Sie ist Witwe. Also ja. An dem Punkt macht es keinen Unterschied mehr. Oh, das war ziemlich stark. Die Stärke-Upgrades machen sich bemerkbar. Will ich hier überhaupt hoch? Ich will zu den Riesen. Gott, hier sind zwei! Oh, oh. Oh, oh. Ja, wenn man eine zweihändige Waffe hat, hat man ja einen anderen L2-Angriff. Holzschild! Wir haben ein Holzschild gefunden. Ähne ich doch an Dark Souls. Ich kann den Plankenschild vor mich halten. Der echte Holzschild. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Niemand kann mich angreifen. Aber ich frage mich, was hat sie denn zu diesem Holzschild zu sagen, als sie ihn ins Spiel eingebaut haben? Ein grober Holzschild, der von den Massen eingesetzt wird, die sich der Jagd angeschlossen haben. Jäger verwenden normalerweise keine Schilde, da sie gegen die Stärke der Bestien nicht genug Wirkung zeigen. Schilde sind nett, aber nicht, wenn sie Passivität erzeugen. Ich mag, dass einfach ein Design-Dokument ist an dem Punkt. Schilde war ja eine nette Idee, aber Leute haben so passiv gespielt, das gefällt mir nicht. Oh, der Backstab! Ein guter Holzschild-Run. Das wäre das Leben. Es gibt auch so genug schlechte Waffen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein paar Upgrades holen. Was haltet ihr davon? Ganz ruhig, mein Großer. Oh mein Gott, man kann... Oh, mit ins... Oh Gott, was? Ich wusste nicht, dass man die Backstab'n kann. Ich bin tot. Ich lebe! Blutsteinscherbe. Sehr schön. Der Schlag gegen Mies auf die Kniescheibe. Oh, das ist nicht cool. Hat doch nicht mal jemand mit einer zweihändigen Axt... Allein zweihändige Axt ist beängstigt, aber dann noch auf die Kniescheibe hauen, das ist das nicht cool. Also im Shadow Ghost, ein frischer Sub. Viel, viel lieben Dank. Kann der Curse-Parasit gut sein. Das ist die stärkste Waffe im Spiel. Ich glaube, er soll ziemlich scheiße sein. Ich habe nie damit gekämpft. So. Okay, jetzt. Oh, die haben große Steine. Oh Gott, das ist die größte Wurzel der Welt. So ein Baum dafür ausgerissen, ist nicht mal ein Stein. Was? Nein! Ich möchte einfach mal anmerken, dass das ziemlich fake war an dem Punkt. Ich meine, was sollte das? Ich hoffe, die Krähen werden mich nicht verraten. Hör auf, mich zu verraten! Nein! Die Krähen können tatsächlich unerwartet viel Damage machen. Das heißt, von denen will man sich fernhalten, ehrlich gesagt. Au! Hey! Da ist ja eine Brücke da unten. Ah ja, die Brücke! Wollen wir noch zu der Brücke dann hin? Fährt man gerade auf. Das können wir eigentlich noch relativ früh machen, aber... Falls ihr euch mal gewundert habt, das ist... hier oben ist man über der Brücke. Oh, man bekommt sogar ein Fernrohr. Ja, dann guck, wir malen die Röhre. Ah ja. Nein, nicht! Ich dachte, man kann zoomen. Dann habe ich fünf Quecksilberkugeln aus meinem Leben gemacht. Das ist eine Mechanik, die existiert, die ich komplett vergessen hatte. Die Krähen können einen vor allem ziemlich gemeinten Stun locken. Oh ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Au! Oh Gott! Der Trick ist es, eine ruhige Kugel zu schieben. Nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn er gerade bereit ist, zumindest Tiere zum Einsturz zu bringen. Oh, okay, man, äh... Oh, wir können... Okay. Man bekommt ihn also gesägert, wenn man seinen Kopf erwischt. Hier habe ich vorhin seinen Kopf dann erwischt. Oh, und so viele Blutsteinscherben. Oh, wir werden so viele Upgrades machen können. Das wird das Leben. Ich bin uns Blutkugeln super gerne. Ich meine, sie sind nützlich. Und hier ist übrigens eine meiner absoluten Lieblingsräume im Spiel. Ihr werdet gleich sehen, warum. mäßigungsblutigen Stein, der ist okay. Hier ist nämlich eine verschlossene Tür. Äh, ich glaube, die Tür führt zu der Boss Arena von, ähm, dem Boss, den wir gleich machen werden. Und, äh, diese Türe, es gibt keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Sie ist einfach nur da, um verschlossen zu sein. Sie ist einfach nur da, um geschlossen zu sein. Und das ist, das ist traurig. Außer eben von, äh, oh Gott, äh, an Bord hat er, nein, warte, Shadow Ghost hat an Bord, äh, subgegiftet. Ist das ein Bord? Äh, wie viel lieben Dank. Wollen wir uns fragen, Chad oder auch Mogi? Ich hab Metro Prime 2 vom guten Monat auf Amazon gekauft und gestern... Was? Was ist das für ein Wort? Gestartet. Oh, gestartet. Weil das Bild so, äh, Weird Good Lila, ich hatte bei, äh, sonst keinem, äh, hatte ich sonst bei keinem Game of the Game. Ich hoffe, außer ich wechsle den 60-Hertz-Modus, aber den gibt's bei dem Spiel nicht. Hier hat von euch das Problem. Äh, Metro Prime 2 unterstützt nur den 60-Hertz-Modus. In Metro Prime, äh, Metro Prime 2 lässt sich nur den 60-Hertz-Modus starten. Aus irgendwelchen Gründen gibt's, äh, gibt das Spiel einem keine, äh, 50-Hertz, äh, die Option. Ich weiß nicht genau, warum, aber da ist ne Sache. So, dann würde ich sagen, äh, wir gehen erstmal zurück? Gehen wir zurück? Doch, wir gehen zurück. Wir machen Upgrades und dann werden wir den Boss bekämpfen. Mir fehlt die Bloodborne-Playlist. Es war keine Playlist, es war wie ein, äh, Soundbot und ja. So, wie weit, wie weit kommen wir? Oh, plus 3? Oh, oh mein Gott. Und dann können wir zusätzlich noch ne Blut-Edelstein-Verstärkung reinpacken. Denn dann haben wir nämlich vorhin gefunden. Schau euch das an. physischer Angriff plus 1,1% und dauerhafter GP-Gewinn plus 1. Oh mein Gott. Wir sind quasi unaufhaltsam an dem Punkt. Es ist so gut. Ehrlich gesagt, wir gönnen uns noch ein bisschen Stärke. Wir machen Stärke auf 20 und dann machen wir einen Stat, der mein Überleben sichert. Zentrum von Yadam. Seid ihr von der Theorie, dass Bloodborne eigentlich nur ein Traum sein soll? Glaube ich nicht. Ich sehe keine Hinweise, dass irgendwas an Bloodborne ein Traum sein könnte. Die Puppe ist Bete-Version von der Firekeeperin. Aber Feuerhüter gab es vor der Puppe. Sogar zwei. Es gab seit Demon's Souls. Au. Oh, was ist das? Sowas wie Feuerhüter. Okay, das war fürchterlich. Hallo. Oh, wenn ich jetzt eine Fackel hätte. So was? Oh. Äh. Unangenehm. Oh, ist jetzt so verquem wie wir diesen Farbfehler fixt? Äh. Ich weiß nicht. Spielst du das auf einem extrem alten Röhrenfernseher oder so? Generell ist es nämlich seit sehr langer Zeit so, dass 60 Hertz eigentlich für Fernseher kein Problem ist. Ich habe keine Ahnung. Einer, der 60 Hertz nicht hat, das muss halt schon echt alt sein. Auf dem Smart-TV? Äh. Ich habe keine Ahnung. keine Ahnung. Es gibt so viel Möglichkeit, wie man es anschließen kann. Aber eigentlich sollte er kein Problem damit haben. Als die Jacht begann, hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke in der Kathedralenbezirk blockiert, da in dieser mondhellen Nacht Alt-Jahnem abbrannte. Au. Von Bloodborne gibt es ein schönes Hörspiel. Immer ein Bloodborne-Hörspiel. Ich weiß ja. Nein, geh weg. Und Kaltblut-Tau. So, ich glaube, ich bin hier aber noch auf dem Weg zu... Ja, hier oben ist die Brücke. Geh mal weg, Brückerich. Das ist ein Brücke-Berger. Oh Gott. Ich meine, wenn wir an den zwei Wehrwölfen jetzt schon vorbei sind... Dann wollen wir ja nicht einfach wieder zu ihnen zurück. Hör auf, die falschen Gegner anzuvisieren. Oh oh. Oh oh. Wusstet ihr, dass ich die Fahrt noch rausgerüstet hatte? Ja, ich habe Bloodborne heute von vorne angefangen. Deswegen sind wir noch in Jahnem. Sie weiß, wir gönnen uns eine Ölurne und einen Molotov-Cocktail. Ich habe das Gefühl, dieser Kampf ist... Hey, er nennt euch doch, wir waren da... Was war das hier? Das war doch hier, wo wir vorhin waren, oder? Das sieht gerade so anders aus, aber... Das sollte hier gewesen sein. Hallo, Cleric Beast! Okay, was sollte das? Dieser Kampf ist so fürchterlich, wenn das der erste Boss ist, den man findet. Ich meine, ihr müsst bedenken, ich habe meine Waffe auf plus drei abgegradet. Und wenn man sonst zum ersten Mal hier ist, hat man seine Waffe gar nicht abgegradet. Wisst ihr, wie viel HP dieser Boss hat? Zu viel. Das Einzige Gute ist, dass er rein optional ist. Au. Ich sehe nichts. Auf. Oh, wir haben es. Los, 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 kids! Oh, das war's. Mit dem Angriff hat er seine Eingeweide wieder hergestellt. Ölurne, Molotow Cocktail. Nochmal Molotow Cocktail, kann nicht schaden. Ich bin mir noch echt unsicher, wie man den Kampf überhaupt am besten machen soll. Er ist einfach so verwirrend und er geht so viel länger, als er es jemals sollte. Ich hasse diesen Kampf. Aber hey! Ich würde sagen, mit der plus drei kamen wir ziemlich gut voran. Dann öffnen wir die Tür und nutzen uns einen Shortcut. Was soll das? Spiel. Hier sollte die Tür hinführen, oder? Wenn mich nicht gerade alles täuscht. Der First Try Freddy. Ich meine, das war nicht schwer an dem Punkt. Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Wie gesagt, die Tür ist immer verschlossen. Der beste Boss aller Zeiten. Wir werden auch DLC machen, aber ich denke nicht, dass wir heute so weit kommen werden, denn wir leben heute das Leben und wir lehnen uns zurück und wir nehmen uns ein bisschen Zeit, um die Spielwelt in uns aufzusaugen. Wie ein gemeiner Schwamm. Ein Blutschwamm. Sehr gut. Stärke auf 20 wollte ich machen. Danach gehen wir auf irgendwelche anderen Stats. Oh, Ludwig wird lustig. Ich meine, Ludwig ist ziemlich gegen Ende. So, wir haben doch mal so ein neues Teil bekommen und wir neue Waren hier bekommen. Eine Handlaterne. Uh. Jäger anführe Medaillon. Ah ja, damit kann man diese eine Tür öffnen. Und wir können jetzt den Kirchenhammer kaufen. Eine übliche Trickwaffe von Jägern der heilenden Kirche. Einerseits ein leicht zu führendes Silberschwert, andererseits eine riesige, abgestumpfte Steinwaffe mit stumpfem Schlag und extremer Aufprallwucht. Jäger-Trickwaffen, geschmiedet der Werkstatt der heilenden Kirche, die in der großen Kathedrale versteckt sein sollen, wurden nach den Grundsätzen der rivalisierenden Handwerksschule gefertigt. Oh, die waren so rivalisierend, die Handwerksschulen, die haben sich gegenseitig mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Okay, machen wir weiter. Hätte Bloodborne jede Waffe zwei Modi? Ja, aber bei manchen sind sie fake. Bei manchen ist der zweite Modus einfach nur, dass sie einen Buff bekommt, zum Beispiel bei den Tunitron, wo, wenn man zum anderen Modus wechselt, dass sie dann einfach nur ein bisschen mehr Elektro-Schaden macht, ansonsten ziemlich gleich bleibt. Aber prinzipiell ja. Es ist diese Ja, aber Nein. Situation. Das war gut. Nein, 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 stirb. Nein, mach nicht das, was du machen willst. Könnt ihr nicht so komisch das Feuer auf mich spucken? Mein Gott, es bleibt bei 60 FPS. Ich habe meine PS4 nicht gehackt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde einfach mal hier stehen und die Gegend genießen. Ah, schön. Oder hier drüben. Ah, ja. Das ist eine echt schöne Umgebung hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Okay, ähm, gut. Finden wir später raus. Finden wir später raus, was es damit auf sich hat. Jetzt, mir ist das Spiel extrem dunkel eingestellt. Ich finde es eher relativ hell eingestellt. Ich weiß noch nicht ganz, was der OBS-Kodec damit macht, aber es sollte an sich passen. Es ist an sich ein dunkles Spiel, vor allem zum anderen Zeitpunkt. Geht da alle weg. Oh mein Gott, ich hasse diese Stelle so sehr. Im Vergleich zu allen anderen Leuten, die diese Stelle lieben. Ich meine, ich hasse sie nicht so sehr, aber es ist schon ein bisschen kritisch. Ich finde es sieht normal aus. Ich meine, das ist wünschenswert. Ich habe nämlich nichts geändert. Wir können kurz nachschauen. Helligkeit ist halt, ja, Helligkeit ist auf 7 von 10. Ich habe die Helligkeit schon, um für etwas dunklere Devices im Stream auszugleichen, höher gestellt. Ich selber würde wahrscheinlich eher auf 5 oder sowas spielen. Nee. Hey. Zern, Kommissar Rex. Was haben wir noch lebst? Geh weg. Okay. So weit, so gut. Oh, wir treffen gleich einer unserer liebsten NPCs. Ich hoffe, ihr seid bereit. Den wir auch killen könnten, um eine Waffe zu bekommen, aber er ist so netter. Außerdem ist er, das was er uns gibt, sehr wichtig für mich. Nämlich Liebe. Und Anerkennung. Du bist ein Biesthunter, nicht wahr? Ich wusste es. Das ist genau wie ich angefangen habe. Oh, ich begebe. You may call me Alfred. Alfred. Protégé of Master Ligerius, Hunter of vile bloods. So, what say you? Our prey might differ, but we are hunters, the both of us. Why not cooperate and discuss the things we've learned? Und wir haben beide große Nasen. Yeah. Wir kooperieren. Oh, very good. Very good indeed. Take this, to celebrate our acquaintance. Oh, Feuerpapier. Da freue ich mich direkt über unsere Freundschaft. Oh, und beten. Hm. Ich, 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 ich wollte eigentlich nicht deine Religion mich anschließen, aber, okay. Beast-Hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. Gibt's, äh, um, äh, äh, Quest weiterzufolgen, gibt's irgendwas, äh, bestimmtes, was man bedenken muss? There must be Oodles for us to share. Go on. Just tell me what piques your interest. Oh, äh, was will ich wissen? Okay, erzähl mir von deiner heilenden Kirche. Ich weiß, du kannst, kannst dich kaum zusammenreißen, die frohe Kunde mit mir zu teilen. As you know, the healing church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard, that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral. And that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing and the church is willing, you should pay them a visit. In der Kirche wird also Blutheilung betrieben. Interessant. Burgenworth is an old place of learning. And the tomb of the gods, carved out below Janam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Burgenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the healing church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Janam can be traced back to Burgenworth. But today the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the healing church has declared Burgenworth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive. But only they know the password that allows passage through the gate. I bid you farewell. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Es war auch meine Freude, mit dir zu reden. Aber das war relativ interessant. Was wird das heute? Wie? Was wird das heute? Spiel das Spiel? Zum einen. Zum anderen. Ey, ey, ey. Man braucht ein gewisses Passwort, um zum Heiligen Wald zu kommen. Und das erinnert mich daran, dass die Tage letztens wurde die Liste mit den 10 in Deutschland am häufigsten verwendeten Passwörtern veröffentlicht. Denn, keine Ahnung, wo sie diese Daten hernehmen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, die ähnlichen Passwörter waren natürlich das gleiche wie 12345, Passwort, ABCD und sowas. Und ich glaube, das am achthäufigsten verwendete Passwort ist Berlin. Oh, das war nicht interessant, weil... Warum? Ah! Gott, nein, ich habe den falschen Topf gedrückt. Warum ausrichtet Berlin? Warum sagen sich Leute, yeah. Weißt du, was mich stolz macht? Berlin. Das ist mein Passwort. Ich muss schnell mein Passwort ändern. Wäre wohl besser. Alfred haut die Königin zu Brei, wenn man ihm die zweite Einladung bringt. Wo bekommt man überhaupt eine Einladung her? Uh, noch mäßigungsblut Edelstein. Hallo, Wolfgang. Warst du auch mal ein Mensch oder bist du als ein, äh, Mutant geboren? Ich glaube, er war mal ein Mensch. Er trägt noch Kleidung. Die gute alte Facke. Oft werden bei Passwort, äh, Resets über die IT-Hotlines von Firmen Städtenamen verwendet. Berlin, 1, 2, 3. Da war nämlich keine Ahnung. In Josefkas Klinik ist eine Einladung. Oh, ich, jetzt weiß ich auch, wer mit Königin gemeint ist. Okay, okay, ja, das ist, äh, das wird erst für, äh, das Winterwunderland von, äh, Bedeutung sein, nehme ich an. Kräftiger Blutcocktail. Der ist kräftig nützlich im Kampf gegen den nächsten Boss. Endring kommt bald raus. Die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, wann spielst du Sekiro? Irgendwann bestimmt. Warte, wo ist die Tür? Öffnen wir sie. Die Stadt ist längst verlassen. Jäger sind nicht erwünscht. Tja. Dann würde ich sagen, das ist, äh, eine unangenehme Situation für uns beide. Dann würde ich sagen, das ist, äh, eine unangenehme Situation für uns beide. Nicht umkehren, okay? Aber wäre nicht so ein Bluedelstein-Teil gewesen, das ich komplett übersehen habe. Und die Gute, die schwimmende Statue. Sollte man auch nicht vergessen. Äh, dieses Gebiet ist relativ interessant. Und zwar funktioniert es so, dass man... Au. Äh, hier gibt es einen NPC, der einen angreift, wenn man, äh, auch nur einen Gegner bekämpft. Aber wenn man keinen Gegner bekämpft, ist er zufrieden und seid ihr so, yeah. Schwer in Ordnung von dir. Scheint es in Ordnung zu sein. Ich hoffe sehr, dass Eldbringer auf PS4 FX okay laufen wird. Uh, das wird ein Abenteuer. Ich werde es auf PC spielen. Wie üblich. Der gute alte PC lässt einen bei japanischen Ports von Konsolenspielen nur in, äh, 80% aller Fälle im Stich. Ah. Warum ist das eigentlich die Heimat der Bestien, wenn hier überall, äh, irgendwelche Bestien am Kreuz, äh, verbrannt werden? Waren wohl böse Bestien. Böse. Pfui. Der greift immer an, äh, bis du mit ihm redest, ohne anzugreifen. Oh, man muss mit ihm noch reden, damit er nicht eingreift. Okay. Ah. Ähm. Der Typ wird ein bisschen, äh, problematisch. Das heißt, er freut euch schon darauf, dass er vielleicht eine leicht stressige Stelle bevorsteht. Ich werde viel und weit laufen müssen. Ich meine nicht so weit. Ich weiß den Weg. Da oben ist er auf dem Kirchturm. War das... Nein, au! Au! Gott! Ja, da wollte ich landen. Ich wusste nicht mehr, wo ich runter, äh, muss. Oh, Gott. Kämpf mal ordentlich gegen ihn, der hat es verdient. Ich werde gegen ihn kämpfen. Aber ja, der Typ mit seiner Minigun, der hat es ein Problem. Der muss verschwinden. Und deswegen, äh, werde ich auftreten, als der obligatorische Leute-Verschwinder, der Leute verschwinden lässt. Und das bekomme ich hin. Das wäre da eigentlich meine Blutechos. Wahrscheinlich einer da vorne oder so. Ich bin der geskillteste aller Hunter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein, das war nicht gut. Nein, 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 nein. Irgendwie funktioniert das anders. Oh, jetzt lass du mich bitte auch mal in Ruhe. So, bevor wir irgendwas anderes machen, werden wir erstmal mit dem Typen da oben Wörtchen... Au! Ein Wörtchen wechseln. Warte, wie komme ich zu ihm nochmal hoch? Hier. Guter Mann. Ich muss mit ihnen dann doch mal über das reden, was sie gerade versucht haben. Ich kann mich mit ihm nicht mehr anfreunden. Ich hab Bäschen erschlagen. Äh, die Kunst, gegen ihn zu kämpfen, ist, ähm... Es passiert nie, dass er nicht in den Tod stürzt. Er findet immer den Weg, in den Abgrund zu springen. Aber vielleicht wird's diesmal anders laufen. Ups. Tja. Schade. Schokolade. Ups. Da ist mir die Waffe abgerutscht. Kannst du nicht kurz rausquitten? Ich glaube, wenn man rausquittet, sollte er sein Zeug wieder oben droppen. Beziehungsweise können wir vielleicht sein Loot mitnehmen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube, es war Hellmut, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe überlegt, ob ich ihn richtig bekämpfen will, aber... Naja. Das hat sich gerade so angeboten. Vor allem fällt er so oder so immer runter. Der hat auch super viel HP. Die Kämpfe gegen die Jäger sind im Spiel immer unfassbar anstrengend. Hey! Pulverfassjäger-Abzeichen! Hey, Pulverfässer! Pulverfässer! Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich habe versehentlich L1 gespammt. Das war mehr L2. Mit L1 transformierst du nur deine Waffe. Das heißt, wenn du vor ihm stehst, L1 spammst. Ich weiß nicht, ob er davon so beeindruckt sein wird. Jäger mit dem Gewehrsperr ist so ein massiver Hohensohn. Ja, es gibt so viele Üble. Du meinst die vor der... Oh Gott, nicht Kathed... Ist das die Kathedrale? Ich glaube, vor der Kathedrale da. Bei dem Kampf gegen Amelia. Oh mein fucking Gott. Ah, was macht man hier nochmal alles? Moment, Moment, Moment. Wir wollen das hier runterfallen lassen. Hey, wollt ihr mal eine ordentliche Framerate sehen? Framerate ist nicht in dem Ausmaß gestorben, wie ich das zunächst gedacht habe. Die meisten Jäger sind halt echt unfassbar anstrengend zu bekämpfen. Ganz vorsichtig. Okay, so weit ist sie gut. Molotow Cocktail. Ich will das da drüben haben. Nein! Oh, das tut weh. Oh Gott. Oh, das zwiebelt. Und zwar ganz ungemein. Der hat eine Menge Leben. Ich glaube, ich sollte mal meinen Transformationsangriff ein bisschen im Kampf einsetzen. Ja, schwer in Ordnung. Zeit für Giftmesser. Gibt es hier Giftmesser? Oh, die können einen vergiften? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Warum lebst du noch? Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber irgendwas sagt mir, dass wir noch ein bisschen vergiftet werden. Wovor hast du Angst? Ist es der Tod? Bist du schwach? Hast du Angst? Ritualblut. Was vergiftet mich hier immer? Ist es dieses Verbrennen der etwas? Gift ist die anstrengendste Mechanik in den Souls-Spielen. Nein, in Bloodborne gibt es noch einen, die vielleicht ein bisschen nerviger sein kann. Zugegeben, aber Gift ist schon konstant immer echt nervig. Oh, mein Gott. Hör auf. Du auch. Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Huch. Blutsteinscher. Ich brauche aber keine mehr. Uh. Da unten. Da wird was auf uns warten. Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, aber es wird ein Abenteuer. Ich bin absolut nicht bereit dafür. Wahnsinn hat seine eigenen Regeln. Wahnsinn hat Regeln, die sind der Wahnsinn. Ist das Blutdigger-No-Death-Run? Nein. Schon allein, weil ich ein, zwei Mal schon gestorben bin. Ich glaube, ich bin zweimal gestorben. Wahnsinn macht mehr Schaden, je mehr Einsicht man hat. Das heißt, wenn du zu viel Einsicht hast, wahrscheinlich, wenn du 30 oder mehr hast, dann kann ein Wahnsinn, glaube ich, direkt auch killen. Es wird gefährlich. Zum Thema, es wird gefährlich. Hier ist es auch gefährlich. Die verstecken sich überall hinter den Säulen Morias. Komm schon. Irgendwo war noch einer. Hey. Hey, war doch noch einer. Ich vertraue denen nicht. Ja, die Wahnsinn-Mechanik war, die war ein Fehler. Die hätten sie sich ja ersparen können. Apropos Fehler. Oh, okay. Er hat mich gesehen. Komm her. Oh oh. Geh weg. Nein! Nein! Tötet mich nicht! So weit, so gut. Oh, yes! Oh, eine gute, gute eine Büschblatt-Pellets. Da gönnen wir uns was. Ich glaube, die sind mit der Axt nicht allzu gut, weil ich den Transformations-Balk nicht voll bekomme. Aber, yes. Da freue ich mich immer über eine gratis-Biessblatt-Pellet. Ich glaube nämlich, ich will die schon anfangen, im Kampf gegen den nächsten Boss einzusetzen, ehrlich gesagt. Die Menzos sind wirklich der Taggegner ganz schlimm. Die einen stunnen und dann aussaugen. Man kann einfach nichts dagegen machen. Yeah, yeah. Die sind ziemlich nervig. Dann wiederum die meisten Menzos-Gegner sind ziemlich nervig. Wo kommt der überhaupt her? Ich wusste, dass er gleich auftauchen wird, aber ich, 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 ich wollte ihn abfangen, aber ich war einfach zu langsam. Mach doch was. Nicht das. Irgendwas, dass ich parieren kann. Oh, fuck. Ich bin gleich tot. Lauf. Lauf. Nein. Lass mich in Ruhe. Wer hätte gedacht, dass Wölfe so schnell sind? Au. Wir haben ihn. Blutstein-Scherbe. Blutstein-Scherbe. Weil wir sind recht schnell, ja. Ah! Gott! Den hatte ich komplett vergessen. Ach. Was willst du jetzt hier? Geh mal weg. Geh mal nicht auf die Nerven. Ich empfie gerade gegen große Jungs. Nicht gegen dich. Er ist mit der Tür aus dem Haus gefallen. Ey. Wir können nichts gegen meine Rheinsperm ausrichten. Versucht es also gar nicht erst. Und jetzt haben wir einen schönen kleinen Shortcut aufgemacht und hier oben bekommen wir Feuerpapier. Oh, yes. Schauen wir den Shortcut noch verwenden werden. Wahrscheinlich aber nicht. Spiele ich Bloodborne zum ersten Mal? Nein. Nein. Ich habe es durchaus ein, zwei Mal gespielt. Warum ist da niemand? Da brennt eine Laterne. Das ist die goldene Regel. Wenn eine Laterne brennt, dann... Oh Gott, hier sind so viele. Uh, das ist nicht gut. Warum nehme ich die mit? Ich brauche keine. Oh. Ey, du! Du! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Fuck! Fuck! Geht noch! Oh, mein fucking Gott! Nein! Nein! Die Vergiftung! Ich muss gleich gegen den Boss kämpfen! Gib mir ein Gegengift! Wie soll ich gegen den Boss kämpfen? Oh, mein Gott! Warte, ich habe kein Gegengift mehr! Warum habe ich kein Gegengift mehr? Hier könnte ich Alfred holen, damit er mit mir gegen den Boss kämpft. Hätte ich nicht irgendwo Gegengift... Ach, man findet Gegengift, glaube ich, in der Boss-Arena. Was? Was? Was der Fick war das? Okay, was? Warum hat der so viel Schaden gemacht? Mit einem Schlag die Hälfte! Counter-Damage ist einfach so hoch in diesem Spiel. Und jetzt können wir den Shortcut verwenden, yeah! Hier ist, glaube ich, auch noch so ein, äh... Dich, meine ich. Du bist noch hier! Nein! Nicht verschwinden! Drei Blutständscherben. Die sind fast für irgendwas gut. Ah, der Shortcut war da ganz unten, glaube ich. Ja. Da würde ich sagen, wir, äh, wir rennen... Wir nehmen dann mal die Füße in die Hand! Das ist der falsche Weg! Ich renne hier links entlang, denn auf der rechten Seite ist der Werwolf mit den roten Augen und dem will man sich nicht anlegen. Denn der sorgt dafür, dass man alle seine Heilung verliert und das ist nicht schön. Wir haben's! Und jetzt hole ich noch meine Echos zurück! So, was ich in diesem Kampf verwenden werde, sind, äh, Beast Blood Pellets und, äh, Feuerpapier beziehungsweise Bestienblut-Tabletten. Und, äh... Oh Gott, der Werwolf... Oh, der fucking Werwolf hat... Nein, sie liegen da. Okay. Interessant. Ähm, ich weiß nicht ganz, wie ich am besten, äh... Oh ja, und den Cocktail. Den Cocktail werden wir auch verwenden. Ich weiß nicht ganz, wie ich Beast Blood Pellets am besten erklären kann. Aber prinzipiell, wenn man sie einsetzt, nimmt man, äh, irgendwie doppelt so viel Schaden von Gegnern und man teilt ihnen mehr Schaden aus, je weiter man die Anzeige, die dann auftaucht, voll macht. Und die macht man voll, indem man Transformationsangriffe macht und sowas. Das heißt, je mehr man damit angreift, desto stärker wird man. Man nimmt auch mehr Schaden, aber davon merke ich üblicherweise wenig. Und dieser Boss wird Problem. Oh, den können wir übrigens auch mit den, ähm, mit den Blutcocktails zur Seite locken, denn dieser Boss, man könnte sagen, er ist eine blutrugige Bestie. Wir werfen Cocktail in die Ecke. Ja, fantastisch. Das war absolut miserabel. Ich bekomme die Anzeige überhaupt nicht voll. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Ich treffe ihn nicht. Oh, das würde nicht gut ausgehen. Ich habe keine Range. Ich weiß, wir machen noch einen Blutcocktail. Au. Nein, hör auf. Blutcocktail, flieg. Nein. Ich hätte bei dem Phasenwechsel, äh, Schaden machen sollen. Gott, ich hasse diesen Boss. Und wir sind vergiftet. Also, ich will übrigens von dem Namen nicht täuschen. Das ist nämlich keine langsame Vergiftung. Sie ist in der Tat ziemlich schnell. Du hast dich durch die fucking Ecke geklippt. Gott, ich hasse diesen Boss so sehr. Die Blutcocktails sind auch üblicherweise mehr verwirrend als alles andere. Ich glaube, ich bin tot. Oh mein fucking Gott. Wie komme ich an den Boss am besten ran? Ich denke, ich sollte auf jeden Fall bei dem, äh, Beastblood Pellets bekomme ich ihn erstmal nicht hoch. Ich denke, ich bleibe erstmal bei dem Feuerpapier. Das wäre schon mal ganz gut. Der hat eine ganz weirde One-Nit-Mechanik beim Erpariert am Anfang gleich. Das kann ich nicht. Dem sprechen werde ich es gar nicht erst versuchen. Oh, fuck, hier geht es nicht weiter. Oh, mir wird bestimmt die Heilung gleich ausgehen. Oh Gott! Gleich wird alles übel. Gleich wird alles übel ausgehen. Ah, sind meine Blutechos zufälligerweise hier? Ja, die werde ich wahrscheinlich, äh, verlieren. Die Blutcocktails sind halt auch echt nicht so hilfreich in dem Kampf. Springt halt trotzdem wild durch die Gegend. Kein Backstep. Natürlich war es kein Backstep. Komm schon. Kannst du mich verarschen? Das war doch... Das war doch sogar das Geräusch. Jetzt! Nein! Nicht an der Wand steht währenddessen! Feuerpapier. Das war nicht gut. Nein, 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 nein. Spiel... P ist vier. Tu mir das jetzt nicht an. Wir haben's! Yes! Okay, der Trick ist, Schambert nah dran zu stehen und nicht, äh, separat auszuweichen. Okay, das lief gut, ehrlich gesagt, äh, verhältnismäßig. Ich heil mich nochmal, vor ich sterbe. Das Blut will gerade, äh, die Vergiftung will mich gerade echt dringend tot sehen. Puh! Das ist auf jeden Fall ein stressiger Kampf. Jedes Mal aufs Neue. Okay, ich hätte keine weitere Heilung mehr gebraucht. Äh, ich geh mal Controller wechseln. Wie viel Akku hat der Controller? Drei Stück! Drei Balken! Hier ist Gegengift übrigens gewesen. Ich mein, man will bei den meisten Bossen, man will bei den meisten Bossen relativ nah an ihnen stehen und irgendwie im Idealfall noch ein bisschen hinter ihnen, aber das ist oftmals in der Praxis schwerer umzusetzen, als man sich wünscht. Drei volle Balken! Ganz recht! Stellt euch das mal vor! Das ist so eine stramme... Oh, wir haben keine Echoes mehr. Uh, äh, Blutviolen. Das hat jetzt übrigens gebracht, das ist die Zeit vergangen. Auf jeden Fall hat sich jetzt ein Tor geöffnet. Wir können jetzt woanders hingehen. Wir machen zwei Level-Ups. Und für den Rest von meinem Geld werde ich, äh, Moment, wir ziehen uns noch ein bisschen Kaltblut rein. Und dann werden wir mal eben, äh, ein bisschen investieren, um unser Überleben zu sichern. Das ist die Sache in dem Spiel. Manchmal will man einfach, äh, manchmal will man schlicht und ergreifend ein paar, äh, Blutviolen kaufen. Moment, ich kann eigentlich... Ich will eigentlich das und Feuerpapier ausrüstet lassen. Ansonsten habe ich gesehen, dass wir hier noch, äh, mit der Blut-Edelstein-Verstärkung noch was machen können. Oh, die sind alle noch so viel schlechter. Aber wir können zweiten reinpacken. Ist das nicht der Wahnsinn? Mein Angriff ist wieder um einen Punkt gestiegen. Kann ich jetzt schon irgendeine Sidequest weitermachen oder so? Äh, warte, Kathedralenbezirk, Kathedralenbezirk will ich. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, wie ist der Sidequest-technische, äh, es läuft in dem Spiel ab, wann man wo am besten hingehen kann. Fjolen kann man immer gebrauchen. Ja, ich bin kein Fan von der, äh, von der Fjolen-Mechanik, aber gehört wohl dazu. Außerdem von Shadowghost, der Gifts dafür, äh, K. King. Äh, Der Fahrstuhl ist offen. Uh, äußerst interessant. Äh, was mit Eileen? Ist sie jetzt hier? Irgendwo? Denn ich habe gehört, dass sie hier irgendwo auftauchen sollte irgendwann. Ist das jetzt schon der Fall oder erst später? Denn ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht ganz, wo sie dann auftaucht. Ich schätze, ah ja, wahrscheinlich da vorn, oder? Diesem kleinen Vorsprung. Ja, ich schätze, sie sollte dann hier auftauchen. Aber ich denke, dafür muss ich noch den, äh, nächsten Boss machen. Und dafür würde ich sagen, äh, gehen wir die Tür, die sich gerade geöffnet hat, entlang. Ich fand Estos in Dark Souls besser, Estos in Dark Souls war besser. Sie haben Blutfiolen begrenzt gemacht, aber nach dem Motto, oh, äh, das ist jetzt total anders. Das ist ein anderes Spiel, deswegen verwenden wir keinen Estos, wir verwenden einfach ein schlechtes System. Genauso wie die Laternen. Die Gegner nicht zurücksetzen. Das ist genauso eine dumme Idee. Äh, warte, wo kann ich? Genau. Das bringt mich hier hin. Man kann früh aus dem Fahrstuhl aussteigen. der formlose Ui- 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 D- Ui- Der Botenurnentanz. Wir haben quasi alles bekommen. Einfach sich im Mundgras aufgewärmt. Ja, nur mit dem Unterschied, dass du es nicht, äh, so komplett schwärmen kannst, aber, hm, ist keine gute Idee. Ich habe das Gefühl, vor allem für Anfänger, ist es halt echt, äh, schwierig, immer genug, ähm, Blutviolen zu haben. Laternensatz geht da nicht zurück? Nein. Nur wenn du dich wegworpst. Laternen machen nichts. Außer die Möglichkeit geben, nicht zu worpen. Äh! Bleib ganz ruhig, alter Mann. Bleib ganz ruhig. Und die Kommunion. Wir haben hier einfach alles. Pass mal auf, die schießen hier auf mich. Deswegen kämpfen wir erst mal in der Werkstatt der Heidenkirche hier gegeneinander, okay? Okay. Der hat ein Schild! Leider sorgt dieser Schild für passives Gameplay. Es tut mir leid, mein Freund. Du musst leider sterben. Können wir mal drüber reden, wie ich es geschafft habe, äh, nullmal von dem Typen getroffen zu werden? Hahaha. Ich denke, das war ziemlich beeindruckend. Ehrlich gesagt. Blutfärbungs-Edelstein 2. Der Qualitätsstufe 2. Vielleicht ist er sogar zu was zu gebrauchen, aber wahrscheinlich nicht. Der mit der Minigun muss gehen. Der wird nämlich ein großes Problem, wenn er nicht geht. Und er gibt uns eine Menge Quecks zu gucken. Wahrscheinlich sogar mit der beste Ort im Spiel, um einen Quecks über Kugeln zu fahren. Man... Äh! Kommt dieser Stein gerade aus der Weihnachtsbäckerei? Wird immer noch stinkig, dass die kein, äh, Spekulatius mehr da haben. Vorsicht, alter Mann. Habe ich schon mal mit dem Rollstuhl von der Klippe gekickt? Echt schon. Und hier wäre ich noch so ein, äh... Äh... So ein Upgrade-Scherbenteil. Ich habe mir beim Bäcker gestern dafür aber ein Stück Gewürzkuchen geholt. Das war ähnlich. Das war eigentlich dasselbe. Komm, das größte Problem ist, in diesem Spekulatius-Typ ist einfach so viel drin. Das heißt, ein einziger reicht ewig, aber... Was soll ich machen? Da war nur eine in diesem Jahr für mich drin. Strahlenschwert-Jäger-Abzeichen. Dafür können wir eine coole Waffe holen. War das ein Shortcut? Oh Gott, nein. Oh nein. Oh Gott, ist das... Ist das eine Tür, die man erreicht, wenn man ganz komisch richtig runterfällt? Oh Gott, nein, warte, wir sind so weit oben. Warte, wo führt die Tür hin? Oh, die führt zu dem... Oh, die führt zu Ibrietas hoch, glaube ich. Ich glaube, die führt zu Ibrietas, diese Tür. Das war der Sinn dahinter. Ich habe gerade beim Runterfallen an was komplett anderes gedacht, aber beim Runterfallen muss man erstmal noch viel weiter runter. Apropos, wie komme ich weiter runter? Ich glaube, hier ist keine Leiter. Okay, dann gehen wir zu Fuß, nehmen wir die Treppe wie ein Barbar. Kannst du oben weiter? Nein, aktuell nicht, denn die Tür war verschlossen. Ich glaube, man muss von der anderen Seite kommen, damit man von dem Titanid Lizard was bekommt. Die beste Idee aus Demon's Souls, die ist wieder zurück. zum Glück. weiß ich, wo ich runterlaufen muss. Ich dachte, dass da oben wäre die Tür gewesen, fürs Protokoll, aber es würde keinen Sinn ergeben, denn die Tür bringt einen ganz woanders hin. Und zwar in die verlassen alte Werkstatt. Was? Aber hier war ich doch im Traum des Jägers. Und das ist die echte Gegend hiervon und nicht die Traumversion. Das ist halt ziemlich cool. Vorhin bekommen wir, können unser Fashion Souls Game noch ein bisschen weiter vorantreiben. Ja, ist einfach nur abscheulich. Das bringt noch nicht viel Verteidigung, aber wir bleiben erstmal in den Puppenkleidern unterwegs. Und da ist ein Drittel einer Nabelschnur. Wisst ihr, was wir hier in der Gegend mit Nabelschnuren machen, wenn wir welche finden? Wir konsumieren sie. Hey, Puppe. Eine verlassene Puppe. Hm. Und ein kleiner Haarschmuck. Verteidigung in Bloodborne ist eine Lüge. Na, ich glaube, mit dem Kleid hat man noch ein gutes Stück weniger. Das war eigentlich alles, was wir hier machen können. Wir können jetzt jedoch... Alter, Jägerknochen. Das ist eigentlich eine Sache, die man ausrüstet und dann irgendwie rüstet man den aus. Oh. Beschleunigung wirkt auf Rollen und schnelle Tritte. Okay, dafür haben wir aber zu wenig. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Ja, ich habe nicht vor, Arkanen zu leveln. Vor allem, es bringt sowieso nichts. Ich würde ganz gerne aber noch die Beschreibung von dem Kamm lesen, bevor wir ihn der Puppe geben. Ich meine, der Haarschmuck. Ein kleiner, sehr einfacher Haarschmuck. So einfach ist er nicht. Der wirkt sehr umständlich gemacht. Obwohl er für ziemlich lange Zeit verloren war, sieht man auch immer die Zeichen der Sorgfalt, mit der dieser geschmackvolle Schmuck aufbewahrt wurde. Seine Farbe würde am besten beim Kopf mit grauem Haar hervorstechen. Moment. German! Oh ja, wir können jetzt dann es machen. Wir machen keine Dornis. Ich glaube, German will den Haarschmuck nicht. Dann gehe ich zu meiner zweitgibsten Person mit grauen Haaren. Oh, das ist jetzt unangenehm. Hi. Was glaubt ihr? Sie steht, ich stelle es mir vor, wie sie sieht, dass ich mit dem gleichen Outfit auftauche und sie und so, oh, willkommen, Jäger. was? Was ist das? Nein, Tränen steigen. Könnte das Freude sein, die ich empfinde. Was ist mit den speziellen Bossen in den Dungeons? Die sind zum einen gar nicht mal so aufregend. Silberglänzter Tränenstein. Jo, ist das Resident Evil 4? Zur Verwandlung in einen Tropfen Blut-Edelstein, der jede Waffe verstärkt. Eine Puppe vergießt weder Blut noch Tränen und so bleibt seine wahre Natur unbekannt. Wer auch immer glaubt, dass es wertvoll ist, könnte nur von ernster Naivität befallen sein. Okay, was ist das? Eine Puppe vergießt weder Blut noch Tränen und so bleibt seine wahre Natur unbekannt. Es ist aber absolut wertlos. Na gut, dann würde ich sagen, danke Puppe für dein Geschenk. Das bedeutet mir sehr viel, aber... Ich muss Monster bekämpfen. Dauer auf der GP gewinnt plus 1. Das ist ja was... Äh, plus 2. Das mache ich. Das ist von Germann. Äh, die Puppenkleider sind übrigens super viel wert. Wenn man die verkauft, bekommt man eine Menge Geld dafür, aber dafür sind wir nicht hier. Oh ja, warte. War nicht der Grabstein irgendwo anders? Ja, verlassen hat der Werkstatt zählt hierzu aus irgendwelchen Gründen. Dann machen wir mal da weiter, wo wir, äh, aufgehört haben zuletzt. Und, äh, wir nähern uns dem Boss-Comp. Will ich einfach nur sagen. Tragende Frauenkleidung ist immer teuer. Das stimmt nicht. Es kommt darauf an, es kommt darauf an, ob du sie haben willst. Denn wenn du sie haben willst, dann ist sie bestimmt teuer, aber... Für die meisten Leute ist es einfach nur, äh, alter Schrott. Äh, wie gehen wir jetzt weiter runter? Ich glaube, ich werde einfach, äh... Ich werde es ganz geschickt einstellen und mich auf den Haufen fallen lassen. Oh ja, warum ist hier eigentlich der... Warum ist hier der Flamelurker aus, äh, Demon's Souls? Wie der mich umbringt. Ich bin... Ich kann nichts machen. Sehr cool. Sehr cool. Ich mochte es, dass ich, äh, einfach in die Ecke gedrängt war und nicht ausweichen konnte oder mehr weg konnte. Ich kann nicht zurückschlagen. Ich hatte keine Ausdauer vom ganzen, äh, wegrennen und, äh, Puppentränen vergießen. Okay, also wir gehen hier runter. Dann hier. So, um wir da drüben zu landen. Hey! Das bedeutet, der alte Flamelurker hat uns noch nicht gesehen. Und das bedeutet, er wird gleich eine unschöne Überraschung erleben. Und zwar die. Was hältst du davon? Flamelurker-Freund. Man hat es nicht gesehen, aber er kann tatsächlich super viele Feuerbälle und sowas werfen aus irgendwelchen Gründen. Zumindest glaube ich, er hat vorhin keine eingesetzt. Ich weiß immer noch nicht ganz, was er damit auf sich hat, aber... Das ist die Sache, die er kann. Ja, doch. Ziemlich lustig. Au! Au! Böse Krähe. Uh! Knittriger Janemhut und verschwitzte Kleider. Ich mein. Gewöhnliche Janemkappe. Sie ist ziemlich abgetragen und verliert langsam ihre Form. Nehm ich. Gewöhnliche Janemkleidung. Sie ist ziemlich abgetragen und feucht von Schweiß. Müssen wir aber dazu noch was Passendes tragen. Befleckter Verband ist passend und... Ich denke, die Janemjägerhose. Yes. Ich denke... Wir sind bereit für ein Abenteuer, Jungs. Hast du Erlen schon das zweite Mal getroffen? Nein, die spawnt erst nach Emilia. Dementsprechend... Müssen wir uns darum dann erstmal kümmern. Ein Mann vom Volke. Ich habe leider auch... Meine Kleidung ist leider auch feucht vom Schweiß. Wenn es eine Sache gibt, die ich in meinem Leben bereue. Dann ist die Tatsache, dass meine Kleidung feucht vom Schweiß ist. Ich habe in der Ausrüstung unterschiedliche Stats. Ja, aber... Es ändert in dem Spiel nicht allzu viel. Betäubender Nebel. Oh, ich will nicht auf die Dächer. Ich glaube, der betäubende Nebel war für irgendwas gegen... Oh yeah, Emilia konnte sich heilen. Und dagegen war dann der betäubende Nebel gut. Lass mich den doch direkt mal ausrüsten. Werfen für eine Nebelwolke die Lebensdessenz eines Jägers betäubt und der Erneuerung der GP verhindert. Wird angeblich von den Blutjägern von Cainhurst verwendet. Das geheime Rezept wird von Adeligen, die im Schloss leben, streng bewacht. Mit denen werden wir uns noch später unterhalten. Ich hatte nicht vor, den Shortcut zu vergessen. Da sind wir von Simbojack elf Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Den Heel macht sie eigentlich erst ab New Game Plus. Vorher stirbt sie zu schnell. So schnell stirbt sie nicht. Und schaue ich die Sensen an. Und was die generell jetzt einsetzen können. Solche Angriffe bekommen sie erst, wenn man eine gewisse Menge von Einsicht hat. Das ist der Step mit dem Auge. Au. Unter den Blutechos. Blutechos. Denn je mehr Einsicht man hat, desto mehr sieht man die Welt so, wie sie wirklich ist. Und desto unschönere Dinge wird man erkennen. In dem Fall sehen wir, dass sie irgendwelche Geistersensen haben. Zu irgendwelchen Gründen. Ich denke, das ist eine super coole Mechanik. Man sollte es auch nicht übertreiben, denn... Eine Sache mit allen Jäger und NPCs hier im Spiel ist. Au. Man will nämlich... Man will nicht zu viel von der Welt sehen. Sonst wird man leider vom Wahnsinn heimgesucht. Und der... Oh Gott. Da ist es. Nein! Ähm. Sache ist die, dass das, was man sieht, wenn man die Welt so sieht, wie sie wirklich ist, ist für die meisten zu viel zu ertragen. Weshalb sie... Zum Beispiel, es war auch bei Gaskeune Sache. Er hatte irgendeinen Lumpen um die Augen gewickelt. Das ist nämlich, weil sie sich die Augen, äh... Keine Ahnung, ausstechen oder rausschneiden oder was auch immer. Denn, äh... Das ist zu viel. Da ist es schlicht und ergreifend zu viel für sie. Wir gehen jetzt in eine andere Laterne. Ich weiß nicht, das finde ich ziemlich interessant. Wir werden es uns auch mal anschauen bei anderen NPCs, die wir sehen. Beziehungsweise bei vielen, die zu einem gewissen Ausmaß genug Einsicht gesammelt haben und die Welt so gesehen haben, wie sie wirklich ist. Was sie haben, schlicht und ergreifend, keine Augen mehr. Ich glaube, die 80% kommen hin. Wie gesagt, bin ich mir sicher, es hängt davon ab, wie viel Einsicht man hat. Wenn man wenig hat, dann nimmt man auch weniger Schaden von Wahnsinn. Ähm... Äh... Kathedralbezirk. Die Leute im Bloodborne sind alle blind. Die meisten tragen deshalb, die sie binden. Ja, aber warum sind sie blind? Weil sie Dinge gesehen haben, die sie besser nicht hätten sehen sollen. Oder nicht sehen wollten. Das ist eine relativ interessante Welt. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie einfach ein fucking Buch dazu gemacht hätten. Damit auch irgendwas Sinn ergibt, aber ist okay. Wofür sich tatsächlich Mühe dafür geben, wenn man auch alles wahrgehalten kann, wenn irgendjemand sagt, oh, die Stelle ist zum Seibmann, äh, 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 äh. Ist das falsch interpretiert? Das ergibt nämlich schon Sinn. Du, äh, verstehst es nur falsch. Ich sag's doch nicht eindeutig. Folgen die mir? Äh, das gefällt mir gar nicht. Ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde irgendeinen von den Gegnern dahinten noch killen müssen, um, äh, meine Blutechos zurückzubekommen. Und ich würde die gerne zurückholen. Es gibt dort Anspielungen auf HP Lovecraft. Achso. Ich würde sagen, das Parry-Target bleibt aber sehr großzügig. Oh, ja. Glücklicherweise. Oh, fuck. Fuck! 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 Oh, mein fucking Gott. Er hat einfach so viel Poise. Fuck! 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 Er hat sich nicht von mir zurückschlagen lassen. Theoretisch, äh, sollte Bloodborne im gleichen Universum wie die ganzen HP Lovecraft Entities spielen. Das ergibt absolut keinen Sinn. Das ist so, als würdest du sagen, oh, keine Ahnung, dieses andere Fantasy-Universum, da gibt's Zwerge und Elfen, muss wohl in Mitte-Erde spielen. Nur weil's das Konzept inspiriert ist, heißt das nicht, dass es das Konzept sein soll. Oh, mein Gott, die sind so stark. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, fuck, da ist der Zweite. Das ist der Ost von Mittel-Erde. Von Mittel-Erde nicht sogar nur ein Kontinent. Aber ja, das ergibt ab zu keinen Sinn. Schon allein gemessen daran, dass es nicht wirklich... Ich mein, es gibt gewisse Überschneidungen in Lovecrafts Geschichten, aber... Ist jetzt auch nicht wirklich alles das gleiche Konzept. Es gibt natürlich, äh, immer, dass üblicherweise den gleichen, äh, gleichen Startspiel und sowas, aber... Na, äh, 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 äh. Okay, los geht's! Armelia ist sehr empfällig dafür, dass man, äh, Körperteile verstümmelt von ihr. Das ist generell nämlich ja eigentlich die ganz coolste Bloodborne, wie ich finde. Bei den großen Monsterbossen hast man immer, ähm, das haben wir ja schon bei anderen gesehen, dass man immer ihre Gliedmasken, wenn man sie angreift, dass sie dann erst staggert. Wenn man alle Gliedmasken kaputt gemacht hat, dann bekommt man dann, ähm, Eingeweihe, der Angriff. Außerdem, da ist es passiert. Es mocht diese Haare zu sehr in dem Spiel. Das ist ein Problem, weil die Haare die Framerate killen. Oh ja, Visceral-Angriff war der, ähm, englische Begriff davon. Ist gerade nur der deutsche eingefallen. Sie hat auch keine Augen, Sid, ja? Komm, hat mir eine Schade gemacht. Oh-oh. Au! Okay, wir haben's. Los geht's, komm schon! Yes! Das hat so viel weniger Schaden gemacht, als er hofft. Oh ja, sie ist nicht gut, darauf zu sprechen, wenn man ihre Körperteile, äh, angreift. Sie kann da nicht gut mit umgehen. Das ist gerade ziemlich unterhaltsam, ehrlich gesagt. Und wenn wir gewonnen, der Spin to Win war erfolgreich. Dann würde ich sagen, wir bereiten uns mal auf den Timeskip vor. Das ist kein unverdienter Sieg, was soll das denn? Hörst mir nicht zu! Ja doch, das verstehe ich. Also von Dahimon, äh, 38 Monate, free sub. Und von AeroHell, äh, frischer sub. Wie viel lieben Dank. By the gods, fear it, Lawrence. Der gute Lawrence. Meistens wird's nachverschwindet, äh, Eileen, sobald du den Kopf nach dem Kampf gegen Amelia berührst. Das wäre äußerst ungünstig. Finden wir's heraus. Wir hauen erst mal ab. Und jetzt haben wir einen kleinen Timeskip vorbereitet. Wobei ich mir nicht mehr so Mühe geben müssen bei dem Boss, wenn's auch so geht. Naja, man... Man muss schon auch ein bisschen die, äh, Verstimmungsmechanik, äh, verstehen, damit man damit... Jetzt können wir ins CSC gehen, übrigens. Ähm, man muss ein bisschen die Verstimmungsmechanik verstehen. Beziehungsweise welche Gliedmaß man ungefähr angreifen kann und sowas. Was ich gemacht hab, zum Beispiel, war jetzt dieser, ähm... Oh, sieh, die Puppes waren das. Was ich gemacht hab, war der Spin, welcher einfach ungefähr alles von ihrem gesamten Körper angreift. Das heißt, damit konnte ich einfach alle Gliedmaßen gleichzeitig ziemlich ehrlich kaputt schlagen. Ich find's cool, dass jemand sich echt auf YouTube die Mühe gemacht hat, mal alle Referenzen und das Weltkonzept von Bloodborne komplett zu entschlüsseln. Und er selber sagt, dass es Lücken gibt, sind sehr Interesse von... Sehr viel Referenz von Lovecraft zu finden. Wird so unglaublich interessant, diese Welt. Ah, ja. Okay. Sie betet selten an diesem Grabstein. Ich find's gut, dass es diesen besten YouTuber aller Zeiten gibt, der einfach komplett alles erklärt hat. Was sieht man von Graben? Äh, ein Puppenkopf. Außer im Darth Bando, äh, 25 Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, was will ich am besten leveln? Ich glaub, ich will gar nichts leveln. Was können wir hier an Waffen kaufen? Hm, der Pfeiltreiber ist ziemlich cool. Mit was ist Geld er? Ah, ist Geld mit allem mies. Ist die Trickwaffe von, äh, Werkstattkätzern, den Pulverfässern. Vom zurückgezogenen, zurückgezogenen Jäger Jura bevorzugt. Der Pfeiltreiber mit seinem eingeartigen Komplex-Design jagt dicke Pfähle kraftvoll ins Fleisch von Feinden. Der Pfeiltreiber ermöglicht schwer kritische Angriffe, ist aber schwer zu antaben und lässt den Träger schutzlos. Die sollte aber ein bloßes Pulverfass nicht stören. Ich denk, der Pfeiltreiber ist ziemlich cool. Warum hast du Ludwigs Holyblade jetzt schon? Keine Ahnung. Ich mein, ich hab's nicht, ich könnte es kaufen. Werde ich nicht. Ich mag die Waffe nicht. Wollen wir den Pfeiltreiber holen? Oder wollen wir bei der Axt bleiben? Ich denk, der Pfeiltreiber ist ziemlich spaßig für das, was er ist. Er ist eine schnelle Waffe, die einen gewaltigen Bum hat. Axtpercent? Hm. Schauen wir uns den Pfeiltreiber mal eben an. Das ist der normale A2, okay. Interessant, dann laden wir nach. Und dann machen wir. Lass mich euch das mal eben im praktischen Einsatz zeigen. Moment, das war falsch. Die gute Pfeiltreiber. Ich glaub, ich wär für den Pfeiltreiber, ehrlich gesagt. Wir können erstmal, äh, wir können erstmal beide Waffen erleveln soweit. Ich hab eh genug übrig. Äh, ja, nimm irgendwelche Blut in den Steinen, keine Ahnung. Die Axt ist voll abgeradet mit den richtigen Runden, höchste DPS im gesamten Spiel. Ich glaub, wir sollten auch bei der Axt bleiben, weil ich, ich wollte den Run mit der Axt machen. Der Pfeiltreiber wäre halt auch verlockend, aber... Wir bleiben bei der Axt. Äh, lass mich noch ein paar Level-Ups machen. Wir können die Axt nicht im Stich lassen. Äh... Immer noch ein bisschen Vitalität. Für die erste Kommen, wir sind im Pfaltreibergang. Keine Sorge, wir bleiben bei der Axt. Äh... Warte, wir wollen zum Kathedralenbezirk und schauen, ob... Genau, und schauen, ob Eileen da ist. Aus dem HDB, der Vermieter, erfrischer Sub, wieviel lieben Dank. Und von der Daimon, 25 Bits. Dafür, wieviel lieben Dank. Gott, ich hasse die Ladezeit, die sie im Spiel. Was ist eigentlich mit dir? Aber du siehst gesund aus. Wie geht's dir? Ich glaube, wir müssen erst die Tore von der Kathedrale öffnen. Ich habe das Tor geöffnet, das eine. Ja, der geht's gut. Sie spawnt aber, wenn dann hier unten, oder? Nein. Keine Eileen zu sehen. Sie steht an der linken Wand. In der Kathedrale? Ist hier ungefähr? Würde sie hier ungefähr spawnen? Oh, hallo, da. Perfect timing. Ich muss warnen Sie nicht zu gehen, nach dem Tomb below Erden Chapel, in der Kathedrale Ward. Henrik, ein altes Junge, hat sich so schrecklich. Und er ist mein Mark. Pssscht. 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 Oh, nein, da ist die Boss-Arena gemeint. Oh, natürlich weiß ich, was gemeint ist. Alles gut. Warte, ich will gar nicht weg. Nein! Ich war hier doch richtig. Also, von Fat auf, äh, 32 Monate. Resub. Auch dafür. Vielen, vielen lieben Dank. Ich war doch richtig. Nein! Jetzt müssen wir wieder laden. Oh, die Ladezeiten. Ja, ja, ich weiß schon, auf welche Szene das jetzt so weit hinausläuft. Ich war mir nur unsicher. Aber, ja, das ist, äh, das ist ein Sad Piece, an das man sich erinnert. Außer von ChrisO95, sieben Monate. Resub. Auch dafür. Vielen, vielen lieben Dank. Könntest du jetzt Richtung Schloss gehen? Was ist, äh, für dich das Schloss? Jetzt der PS5 ging schnell. Die Sache ist, die Ladezeiten sind ein bisschen schneller auf der PS5. Glaube ich. PS5-Version ist generell minimal schneller. Weiß nicht, ob es ja unbedingt glade Zeiten sind, aber nicht viel schneller, aber ein ganz kleines bisschen. War das der falsche Weg? Wir wollen nämlich nach hinten laufen. Was sagst du inzwischen eigentlich? Das klingt sehr vertrauenserweckend. Ich glaube ihm. Die Birkenwerf-Spinne verbirgt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Hm. Hm. Kannst du ja auch näherst, es ist D4-PS4 für die Ladezeit einbauen, wenn nicht schon geschehen. Es ändert bei Bloodborne aber echt nicht viel. Zum einen. Zum anderen, nein. So wichtig ist es mir dann doch nicht. Warte, bist du ja nicht... Oh, da ist er. Oh mein Gott, der macht so viel Schatten. Sollte nicht Eileen hier sein und mir helfen? Da ist sie. Eileen! 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 Zeig ihm, was wir von welchem wir ihm halten. Nein, Eileen! Shit! Ich bin tot! Nein! Wir hatten ihn doch gerade! Oh mein fucking Gott! Wir sollten Bloodborne und Demon's Souls auf PC bringen. Von Dark Souls gibt es auch eine PC-Version. Der Unterschied ist aber, dass Dark Souls nicht von Sony finanziert wurde. Im Vergleich zu Demon's Souls und Bloodborne. Doch, das ist der richtige Weg. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Ich hoffe, der Typ ist noch hier. Ich hoffe. Ich hoffe, meine Blut-Echos sind auf jeden Fall hier. Aber sie kämpfen schon. Oh, oh. Oh, das war gut. Eileen, ich kann so wirklich nicht gegen ihn kämpfen, wenn du die ganze Zeit da bist, um mich zu killen, aber mein Gott. Eileen hat ordentlich auf ihn eingeprügelt. Erbe? Was sagst du dazu? Das war nicht notwendig, aber du hast meine Dank. Wir haben es mit unseren Leben. Du bist nicht schlecht. Du musst, hast du Gascoyne auch gemacht. Ja. Bestätigung. Okay. Yes. Los geht's. Ich hab die Laterne hier nie aktiviert. Ich weiß, was ich jetzt machen werde. Hey, Puppe! Das ist kein unverdienter Sieg. Hey, Puppe! Danke! Mir fällt gerade ein, wir können uns hier noch weiter umschauen. Und zwar wohnen hier die Jungs. Die sind eigentlich bei Hinweisen auf dem Boden auch zu sehen. Aber ich bin aufhören, weil ich ein Playstation 4 Update hätte machen sollen. Und denen kann man ein nettes Accessoire geben. Wie wäre es mit dem Botenurnenfest? Und jetzt haben sie Vasen auf dem Kopf. Schmucklos verlassen. Nein. Sie sollen den Schmuck beibehalten. Wenn der jagende Jäger zum Gejagten wird, ist dann ein gejagter Jäger Jäger. Äh... Ja. Ritualblut. Das möchte ich nicht. Ich glaube, ich will generell nichts kaufen von hier. Hey, Puppe! Zum einen! Zum anderen! Ich denke, ich würde ein Level-Up machen wollen. Okay, Vitalität auf 20 ist soweit auch schon mal ziemlich gut. Äh... Wo wollen wir als nächstes hin? Können wir die Sidequest von dem kleinen Mädchen weiter treiben? Bevor ich da hingehe. Ist das schon möglich inzwischen? Weiß das gerade jemand? Wahrscheinlich weiß es niemand. Ähm... Ich hänge hier einfach rüber und schaue, was passiert. Ich meine, so viel später sollte das nicht sein. Ich glaube, noch den Timeskip, ja? Okay. Dann sind wir soweit Sidequest-technisch ziemlich gut unterwegs. Also, wir haben von, äh... Philipp, 4, 6, 5, 5, 20 Monate. Re-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. The Dragon Ball Timeskip. Quasi, ja. Ah, nein. Hier will ich entlang gehen. Hallo, 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 hallo. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin nur unterwegs. Lass euch von mir nicht weiter stören. Ich will euch nicht zu nahe treten oder so. Ich bin einfach nur, ich bin einfach nur ein Landsmann von euch. Bin ich wirklich... Seht ihr, ich trage auch, äh, vom Schweiß feuchte Kleidung. Und ein Arbeiterhut, den ich nachgehe, den ich immer trage nach getaner Arbeit, die nicht daraus besteht, dass ich welche von euch jage. Sie verstehen's. Hallo. Hallo. Keine Antwort. Hm. Sie hat wohl das Haus verlassen. Au. Au. Das ist ein Wurzelkämpfer. Dann würde ich sagen, wir, äh, schauen mal noch weiter, ob wir vielleicht Hinweise darauf finden, wo sie hingegangen sein könnte. Weiß der vielleicht was? Hallo. Adriana können wir noch abholen in der Kathedrale? Ist ein NPC in der Kathedrale? Dann holen wir den auf jeden Fall. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich hab nur so getan, als ob ich's nicht wüsste. Warum lachen die? Was ist so lustig? Hast du mal... Wenn du genug Souls gespielt hast, dann weißt du, ist einfach nur ein Witz. Schwerspiel der Welt und man bekommt nicht mal einen Dank dafür. Was auch immer du hier machst, das ist ne Sauerei. Oh, da liegt noch was. Die rote Botenschleife. Warte, war nicht, war hier nicht noch was? Wo ist die rote Schleife? Kann ich das mal bitte lesen? Rote Schleife, die die Booten seltsam gern haben. Das Dicht hervorstehende Rot wurde aus den Organen irgendeines glücklosen Opfers gewonnen. Wie eine seltsame Wahl, aber vielleicht dient dieses Accessoire die Booten zum Trauern. Hm, gab es nicht noch irgendwelche Hinweise darauf, dass das, äh, das Mädchen ist, das hier runtergegangen ist oder so? Oder ist sie jetzt wieder da, wenn ich hochgehe? Das war doch nicht alles, oder? Da war doch irgendwie noch mehr mit dieser Quest. Das ist die komplett falsche Leiter. Die Quest geht später noch weiter. Das war ihre Schleife? Okay. Ja, ich kam von da hinten. Ich weiß nicht, ob ich die Quest jemals so weit gemacht habe, ehrlich gesagt. Ist das ein sogenannter Law Run? Nicht wirklich, ich hab das, äh, ich hab das Intro geskippt, aber wir machen ein paar Sidequests. Ist quasi fast genauso gut und, äh, willkommen. Wie lange spiel ich inzwischen schon? Seit, oh Gott, seit drei Stunden? Ich kam noch nicht weit voran, hab ich das Gefühl. Ja, ist okay. Manchmal muss man das Leben genießen. Oh Gott, als nächstes kommt der Wald. Uuuuh, der Wald. Der Wald wird unangenehm. Warte, wo ist hier überhaupt eine Laterne in Reichweite? Die Laternen sind so weit weg, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir machen das. Wir holen einfach ab. Ich hab auch ne je ewig Zeit. Hm, was seid ihr davon, wenn wir die nervigsten Jägerkämpfe im gesamten Spiel machen? Äh, was wurde eigentlich aus dir? Ja. Hab ich gehört von Bergenwerth? Hm. Ich bin Angst, dass ich nicht sagen kann, dass ich es habe. Die Lokalen sind nicht bereit, um eine lokale Geschichte zu erzählen. Ich bin Angst, dass ich nicht mehr Hilfe bin. Den werden wir später nochmal besuchen. Nervig, super, also ja? Okay. Außer dem Städte-Ghost hat der KC-91 Sub gegiftet. Wie viel lieben Dank. Wie viel lieben Dank. Äh, wir müssen zurück zur Kathedrale. Die große Kathedrale. Nicht die größte, aber es ist ne große. Ich wünschte es wäre die größte Kathedrale, aber ist nicht ganz. Dort werden wir gegen ein paar äußerst anstrengende Gegner kämpfen. Das ist ein normaler Run, ja. Ist der Maschinengewehrmann schon tot? Ebenfalls, ja. Warte, und hier ist ne... Ist hier ne NPC? Ich sehe hier nämlich niemanden. Ich hab' viel Giftmesser, ich glaub' ich hab' keine. Hm, nein. Sieht nicht so aus, wie ich hätte. Oh, sie haben von Red X. Äh, 38 Monate. Riesse ab. Viel, viel lieben Dank. Äh, alles gut, Jungs. Lass euch nicht von mir zu sehr, äh, ablenken. Der NPC kommt erst später. Ich mein', das dachte ich fast. Wäre auch ein bisschen sehr, äh, früh, wenn er schon direkt nach dem Bosskampf hier auftaucht. Also, man kann hier aufs Dach. Warte, bringt das einem was auf dem Dach, hier zu sein? Oh, das ist das falsche Dach. Man will auf das andere. Ja, willkommen, Wolfram. Oh. Bei der NPC dort ist der Teleport gesperrt. Gott, das ist der anstrengendste. Das ist, glaub' ich, so der anstrengendste, ähm, Jägerkampf im gesamten Spiel. Und das sagt ne Menge aus. Hey, der hat nen Tonitron. Komm her, Tonitron. Gegen den will ich hier, äh, am besten, äh, hier hinten kämpfen. Denn hier hat der kein Ort, um abzuhauen. Und wir chees'n ihn einfach. Ups. Oh mein fucking Gott. Ich bin tot. Okay, das mit dem R2, äh, Käsen hat nicht so gut funktioniert. Es gibt ja Großkathedrale einen weit Schlimmeren. Weil, ich hab' doch gemeint, dass der in der Kathedrale der Schlimmste ist. Wir sind ja Großkathedrale, was meinst du? Es gab nie ne 60 FPS-Version vom Spiel, oder? Es gibt ja ne 60 FPS-Mod, ähm... Keine Ahnung, wie man... Ich meine, für die man irgendwelche Jailbreaks auf der PS4 braucht. Das heißt, die hab' ich mir nicht geholt. Außer im Scherger-Rat, äh, zwölf Monate. Resub. Dafür. Wie viel lieben Dank. Also, versuchen wir das Ganze noch ein weiteres Mal. Dieses Mal mit der normalen Axt. Nicht im zweihändigen Modus, sondern im einhändigen. Denn so lange ist der Schafter nun auch nicht, dass man zwei Hände benötigt. Was genau hast du gerade gemacht? Komm schon! Yes! Gott, das macht einfach so gar keinen Schaden. Fuck! Was steht... Gott, ich hasse ihn. Er steht einfach nur da. Wartet darauf, dass ich Scheiße baue. Ich hasse es. Okay, wir haben ihn. Blitzpapier, vier Stück. Das ist ziemlich wichtig. Er hatte gefürchtet ne Holzschild. Der hat auch ne Menge, äh... Oh mein Gott, nein! Oh Gott! Nein! Er ist... Ich weiß wiederum der so nervig war. Ist der mit der Donnerbüchse. Keine Sorge, wir haben schon 13 Scha... Keine Sorge, wir haben schon 13 Scha... Ich denke auch, da will ich die einhändige Achse im Idealfall verwenden. Er hat unendlich viele Kugeln. Das ist, äh... Das ist ein spaßiger Aspekt an diesem Kampf. Und es gibt viele. Ich sollte einfach mal meine Ausdauer leveln, glaube ich. Ich hab ne Menge, ähm... Ich hab ne Menge HP gelevelt. Aber Ausdauer, die ist, äh... Die ist schon sehr niedrig. Über das Dach kannst du von hinten ran, das... Ich will nicht über das Dach, dann nehme ich Fallschaden. Beziehungsweise, wir gehen später aufs Dach. Dann will ich ja prinzipiell um den Brunnen herum. Oh, du meinst, ich könnte da einen Backstep bei machen, quasi. Moment. Versuchen wir das. Ich glaube, ich sehe inzwischen, was du meinst. Komm schon. Komm schon. Oh, was für ein Anfang für den Kampf. Und was für ne Fortsetzung. Ich hasse ihn so sehr. Für Neuigkeit. Ich hab ihn getroffen. Oh mein fucking Gott. Oh, das war gut. Oh! Hör auf dich da unten zu verstecken! Du warst zu spät, um den Spin zu unterbrechen, mein Freund. Zehn Quecksilberkugeln bekommt man von ihm. Und das wohlige Gefühl, dass das, was ich gerade getan habe, es absolut wert war. Verstehe. Kann man eigentlich ganz easy machen. Okay, und wie macht man ihn eigentlich ganz easy? Oder ist der Tipp nur, dass er eigentlich gar nicht schwer ist? Okay, Müllsack. Shit. Oh mein fucking Gott. Warum bin ich... Sein Angriff ist jetzt so langsam. Ich kann doch so nicht... Oh mein Gott. Ich bin immer zu früh dran. Jetzt! In dem Sack ist ein Organ, gell? Oh Gott! Oh mein Gott, es hat noch geklappt. Ich habe große Angst. Wir haben ihn! Puh! Das wäre ein Blutsteinschein, was soll ich damit? Du könntest immer wieder hochgehen, bis er seinen Alkohol verliert, dann lässt du dich von oben runter droppen und sneakst dich an ihn ran. Das dauert eine Viertelstunde oder so, inwiefern ist das einfacher? Solche Ewigkeiten, wenn man darauf die ganze Zeit setzt, dass man den Angriff nochmal machen kann. Zwillingsblutsteinscherben! Das ist der gute Stoff, sage ich euch. Ich mag es, dass du keinen Fallschaden nimmst. Okay. Da oben kann man lang? Äh, ja. Wie willst du sonst die Schützen da oben ausschalten? Irgendwie muss man ja zu denen rüberkommen. Komm her! Ups! Komm schon! Nein! Nein! Oh mein fucking Gott! Oh, das war so schlecht! Warum? Da hat ein Frame oder so gefehlt, damit ich meinen Eingriff bekommen hätte. Ich habe ihn nicht bekommen. Stattdessen habe ich Schaden genommen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt da unten entlang gehen will. Sehen von Jägern gibt es da aktuell nicht zu sehen. Das Problem ist aber, da sehen Sie meine ganzen Echoes unten. Sollte es hindaschen. Wahrscheinlich, ich glaube, er war so oder so zu weit weg dafür. Aber mache ich, wenn ich nach dem Dash direkt hereindrücke, nicht den Dash-Angriff statt den Visceral. Oder er nimmt ja die Gelegenheit an Bauer und macht dann direkt den richtigen Angriff. Dazu kommt, dass ich mich auch nicht von denen herumschubsen lassen kann. Habe ich Tread zu diesem Pinocchio Dark Souls gesehen? Nein. Ich befürchte, die Antwort ist nein. Oh, sind wir von Wolfram. 33 Monate. Wie viel lieben Dank. Lass mich in Ruhe, Organmann. Moment, da unten ist... Moment, ich will den erwischen. Hey, bleiben wir stehen. Nein, nicht weggehen. Blutsteinscher, was soll ich mit dem Schwachsinn? Oh mein Gott. Ich habe doch keine Ahnung, was der für Angriffe kann. Okay, das wäre gut. Es reicht auch fast zum Teil. Es reicht fast, um mir ein bisschen Schaden zu machen. Und unten ist noch einer. Oh, ich glaube, die geben sogar gute Upgrade-Materialien, aber... Au. Ja, mein. Ja, mein. Yes, Zwillingsblutsteinscherben. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, das ist halt Story of Pig ist halt Bloodborne mit Pinocchio. Was? Oh, mein fucking Gott. Ich hätte das nicht überleben sollen, glaube ich. Stirb. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn! Kräftiger Blutcocktail. Sieht ganz gut aus. Und hier können wir nicht weiter. Cool! Ignorieren wir das? Souls-like ist immer was Tolles. Es wird wahrscheinlich nicht mehr wie Pinocchio sein. Wenn man im Spiel ein Schwert hat und irgendwie ausweichen kann, ist es für viele Leute direkt Souls-like. Wenn ich auch an Design des Star Wars Spiels spiele, das vor zwei Jahren oder so rauskam. Man kann ausweichen. Man hat ein Schwert. Da meinten auch alle, oh, das ist Dark Souls. Das sah schon sehr Souls-like aus. Das sah halt nicht wie Souls aus. Konntest halt dodgen und hattest ein Schwert. Ach so, das Pinocchio-Dingens. Lies of P. Wenn der Joke bei dem Titel schreibt sich quasi von allein. Ich werde jetzt aber erst mal zurückgehen, Upgrades machen und dann gehen wir in den Wald. Fallen Order, Serbis, Sekiro. Das ist was komplett anderes. Du hast deine EP verloren, wenn du gestorben bist und musst du wieder erholen und es gab es aus die Bonfire. Keine Ahnung. Ich denke auf jeden Fall nicht, dass es sonderlich wie Souls aussah. Haben wir neue Blutedelsteine? Nicht wirklich. Okay. 13 Ausdauer. Jetzt bin ich unaufhaltsam. Oh Gott, die kostet schon 500 inzwischen. Gott, die werden so schnell so teuer. Also, große Kathedrale. Und jetzt gehen wir in den Wald. Ich glaube, stimmst du bei Hollow Knight? Ja, stimmt. Leute meinten auch, dass Hollow Knight Souls-like ist. Was hat das eigentlich damit auf sich? Hollow Knight ist so 0 in keiner Hinsicht wie Souls. Beide sind schwer, wahrscheinlich. Ja, Gott. Anfangs ist es dann... Oh, das ist schon ziemlich Souls-like. Ist das so gar nicht? Ich habe das Gefühl, dass es sehr Metroid-like war. So, wir machen das. Ich mag diese Stelle hier nicht. Deswegen werde ich sie ignorieren und einfach durchrennen. Oh Gott, Runde. Lass sie ihn nicht von mir stören. Weil es zu spät ist, schlafen jetzt die Riesen übrigens. Oh Gott, nein. Nein! Da ist der Lieblingsregner von allen. Und ich meine nicht die Krähe. Ich meine, er ist ein Gehirnschlürfer hier. Nur die Nacht, mein großer Riese. Jetzt patrouilliert er wieder. Er war eigentlich noch auf seiner Schicht. Hollow Knight musst du wie in Souls-Teil die Story selbst heraus, beziehungsweise quasi in der Open World zum Erkunden, wo du dich erkunden... ...weiterkommst, beziehungsweise Poste tötet und Items finden. Ja, das ist Metroid. Ich glaube, Leute, vergesst du immer ganz gern, dass Dark Souls selber sehr stark von Metroid inspiriert ist? Äh, wir ignorieren einfach den Mittelmann. Oh ja, äh, nein. Hallo! Werter Freund! Oho! Oho! Obwohl wir nicht mit ihm reden. Über die verdorbenen Ekelblüter. Oh! Logarius ist so schlau. A Scholar betrayed his fellows at Bergenwerth and brought forbidden blood back with him to Cainhurst Castle. It was there that the first of the inhuman Vilebloods was born. The Vilebloods are fiendish creatures who threaten the purity of the Church's blood healing. The ruler of the Vilebloods is still alive today. Oh, danach suche ich auch. War Metroid nicht ein Sidescroller? Nein. Ich meine, ja, aber es gibt auch, äh, 3D-Metroid-Teile, in welchen man die Umgebung scannt, um gewisse Informationen über die Gegend zu bekommen und man kann auch die Gegner scannen und sowas. was ziemlich genau das Konzert ist. Dark Souls hat Storytelling, für welches man, äh, sich die Umgebung selber anschauen muss, nicht erfunden. Nicht mal fast. Es war nicht mal knapp. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Ich habe nämlich das Passwort. Es ist Berlin. Alles großgeschrieben. Berlin. Ja, ja, wirklich. Jetzt mach auf. So passiert es manchmal, wenn ihr eurem seltsamen, ähm, Onkel, wenn ihr, äh, es ist spät am Abend, dann der Weihnachtsfeier, und ihr, äh, fragt ihn, äh, wie es ihm so geht. Und dann lacht er zuerst und dann geht es langsam in, äh, in Weinen und Schluchzen über. Und dann sagt ihr, Achtung, vor dem alten Blut! Und ihr findet heraus, dass er schon lange zu Staub zerfallen ist. Bereits tot. Okay. Wissen des Verrückten. Also im Afrika-Den-Friseur, acht Monate. Re-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Im Metro-Prime redet nicht mal, wer ich einer außer dieses Impact-Crate am Ende und ganz am Anfang. Aber ja, vor allem im Metro-Prime 1 ist, äh, es wird nicht viel erklärt. Wer hat denn gerade mit mir gesprochen? Das war er. Aber bis wir die Tür geöffnet haben, es war seine Lebensaufgabe, die Tür zu, äh, falls diese Aufgabe erfüllt war, ist er zu Staub zerfallen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, hier waren die nervigen Gegner, die einen mit Marlott-Hoff-Cocktails bewerfen. Uh. Ich glaube, im, äh, im Wald werden wir übrigens auch viel abkürzen. Oh, nein, es sind, äh, es sind Öl-Fiolen. Cool. Ich kann nicht weiter nach hinten. Nein, das ist Grabstein. Ich bin ganz ölig. Ganz zu schweigen von dem, äh, von dem, äh, von dem Schweiß-gefeuchteten Oberteil, das ich trage. Jetzt will ich das Blutsteinscherben. Ja, das könnte für ein weiteres Upgrade reichen. Gab's den nicht noch? Geh mal. Hey. Schleicht euch nicht aus dem Gebüsch an. Ja, hier war doch noch was. Gegengift. Oh, mir wird gerade bewusst, welcher Boss uns als nächstes erwartet. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich hoffe, ihr habt euch warm angezogen. Ich glaube, ich werde mir schnell was zum Trinken holen. Bis gleich. Zeit für Schatten. Oh ja. Wir müssen durch den Wald, aber ich sollte relativ schnell durch den Wald kommen. Okay. Ich hoffe, die Antwort ist ja. Wenn nicht, soll ich mir noch genug finden. Ah, Waffe verstärken? Oh, es reicht. Als nächstes brauchen wir noch sieben Zwillingsblutsteinscherben. Ich befürchte, die bekomme ich nicht mehr zusammen. Zumindest nicht rechtzeitig. Und ich denke, ich werde noch schnell ein paar Blutpiolen kaufen, denn wir haben echt nicht viele auf der hohen Kante. Und da ist es nicht gut. Wir wollen nämlich Zeug auf der hohen Kante haben. Nein, wir brauchen einen Grabstein. Yes. Ich überlege gerade, wie weit will ich heute eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ich muss aber ehrlich gesagt auch gestehen, ich bin ein gutes Stück langsamer unterwegs als erwartet. Ich habe auch viel Zeit mit nichts machen verschwendet, aber ich bin auch echt langsam. Hallo, werter Freund. Auch ein Hallo an dich. Ich habe nur leider keine Zeit zu verlieren. Denn das macht mir große Angst. Komm schon. Yes. Wir haben ihn. Keine Eile nötig. Ja, wir werden heute so oder so nicht mehr alles schaffen. Spielen, bis der Hunger kommt. Das wäre weniger Zeit, als du dir wünschen würdest. Ich glaube, ich werde heute was bestellen. Au. Das ist ein fucking Crane. Drei Zwillingsblutsteinscherben. Dann fehlen schon mal nicht mehr so viele. Ah, ich glaube, ich will hier über den Berg. Au. Was war das jetzt überhaupt? Okay, der Angriff war leicht zu parieren. Hat der Herr nicht anstehend gefrühstückt? Nein. Nicht mal fast. Und, äh, Bestieblut-Tabletten. Sehr schön. Von denen kann man nie genug haben. Glaubt mir einfach. Hier ist übrigens ein Shortcut, den man macht. Beziehungsweise ein Clip, in dem man hier irgendwie hochspringt. Dann kann man da oben entlang laufen. Ist ganz cool. Wer frühstückt denn wirklich? Keine Ahnung. Ich glaube, 40% aller Leute oder so. Also. Wir nehmen das mit. Dann will ich hier oben noch, äh, reden. Hallo. Hallo. Oh. Ein Hunter von Bästen, bist du? Gläubig, pflegen. Du wirst nicht wissen, was du possessierst. Aber was ist die Pflegenheit? Die Stunden der Nacht sind viele. Und die Bästen sind mehr als ich kann. Oh, ein Gefallen. Ja, warte. Ich bin gar nicht zum Wald gegangen, wo ich wollte. Uh. Da werden wir dann wohl direkt mal hinschauen. Er hat so vertrauenserweckend gelacht. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Hier können wir noch Beast Blood Pellets durch die Wand mitnehmen. Komm mal her. Au. Oh, das war sehr viel zu spät. Eine Stunde erst, was habe ich verpasst? Ich glaube nicht wirklich viel. Ich habe einige Kämpfe gegen Jäger gemacht und, äh, die lief nicht gut. Zwillings Blutsteinscherbe. Oh, yes. Ich sage es euch. Die Axt ist so gut wie auf plus sechs oder was auch immer als nächstes kommt. So gut wie fertig. Ah, das ist der falsche Weg hier. Oh, ich glaube, ihr habt mich gehört, oder? Wir wollen nämlich das mitnehmen. Und dann, äh, hauen wir ab von hier. Ich sagte, und dann hauen wir ab von hier. Klassisch. Absoluter Klassiker, wenn ihr mich fragt. Oh, die Hunde sind noch nicht befreit. Werden aber noch befreit irgendwann später. Oh, die geben 500 Echos pro Hund? Yo. Das ist eine stolze Menge. Warum seid ihr Kreni für irgendwas gut? 284? Das ist auch recht okay. Du hast da einige Tote hinter dir gelassen. Du wirst ruhig auf weitere blicken. Oh, ja. Und damit haben wir die weiße Kirchenkleidung. Hey, Chorknaben. Seid ihr bereit, euch vernünftig einzukleiden? Ich hoffe, die Antwort ist ja. Ich weiß nicht, ich mag das Outfit. Damit sehe ich aus wie, äh, wie, wie ein gewisser Assassine. Und leider bin ich nicht so effizient darin, meine Feinde zu töten. Aber es heißt nicht, dass ich es nicht versuche. Seid ihr, das sind ein paar Hunde. Wieso war es? Ich bin effizienter darin, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich so genauer drüber nachdenke. Ich habe schon Angst, weil du ein komplett anderes Gebiet gehst. Äh, irgendwie fern. Irgendwie fern in einem anderen Gebiet. Ich meine, das Spiel hat eine Menge optionale Bosse. Oh, wir sind hier. Uh. Unauffällig bleiben. Schmutziger Blut-Edel-Stein. Ah, fuck. Wo ging's hier? Nein! Da ging's weiter! Gott! Das letzte, was ich gesehen habe, war noch in der Stadt. Ich meine, die ist nicht so weit hinter uns. Ich wusste nicht, wo ich hingehen muss. Frage ist, will ich da überhaupt entlang gehen? Ich meine, da liegt jetzt mein ganzes Blut. Ich muss also, werde ich wohl direkt zurückgehen. Und, äh, ich kann bestätigen, dass ich direkt, dass ich, äh, in der Tat noch, ähm, auf einige rosige Tode, äh, hinblicken kann. Ja, dann wird mich dieses Teil noch, äh, volles Horn erwischen. Blut-Fiolen. Danke, mein Guter. Die Blut-Fiolen-Spende wissen wir hier, äh, in, in Yarnam sehr zu schätzen. Mit vollem Karacho. Oh, volles Karacho gefällt mir auch. Ich finde, was war es noch mal reisig? Du könntest es wissen. Es war dieses eine Bild mit, äh, mit zwei Spider-Mans. Und dann, äh, dann steht, äh, mein Hurensohn-Detektor schlägt volle irgendwas aus. Was, volle was hat er ausgeschlagen? Was, was war das Wort? Das ist das, was ich suche. Volle Bude. Es schlägt volle Bude aus. Yeah. Yeah, volle Bude. Das, das ist das richtige Wort. Ja, da vorne sind die Echos. Wenn man das volle Bude ausschlägt, dann wisst ihr, dass es ernst ist. Und jetzt ist es an der Zeit, für die nächsten drei Jahre Leitern zu laufen, wenn ich hier richtig bin. Doch, da ist es. Und ja, äh, was, was macht ihr ansonsten, Leute, so? Habt ihr noch bei uns Kalender? Was war heute drin? Ich hab einen von Linte und, ähm, ich glaub, ich hab die letzten Tage nicht mehr geschaut, weil er an sich war, ehrlich gesagt, war ein bisschen enttäuscht, was immer drin war. Ich meine, es war okay, aber es war auch nicht so okay. Kleines Stück Schokolade, ich mein, würde ich von ausgehen. Spinat in Stream Bloodborne, ja, was ist das für ein Adventskalender? Ich hätte gerne einen Bloodborne Adventskalender, das wäre das Leben. Moment. Bin ich hier entlang? Oder kam ich von hier? Nein, das ist der richtige Weg. Das ist kein Adventskalender? Buh. Ich hätte mir aber auch keinen geholt, ehrlich gesagt. Üblicherweise finde ich es immer sehr müdend und, oh mein Gott, dieser Typ. Dieser Typ wird ein Problem. Er ist wirklich stark. Der bekommt volle Bude auf die Schnauze von mir. Oh mein Gott. Und mach ich was anderes gemacht, als er den aufge... den gechargeden R2. Was eigentlich überhaupt erwartet, was passieren wird. Ich hab einen mit edlen Tropfen. Oh, das klingt so fucking widerlich. Das sind komische edlen Tropfen. Schokolade mit der Likörfüllung. Ich komm nicht darüber hinweg, dass es Leute gibt, die das Zeug tatsächlich mögen. Es ist so widerlich. Es ist einfach nur so eklig. Ich find sie ganz okay. Das sagt ich mir. Ich akzeptiere das, aber... Gott, sie sind so widerlich. Es ist sehr dunkel hier drin. Haben wir noch? Wir haben noch eine Fackel. Wir haben noch eine Fackel. Hallo? Kleiner blauer Mann. Wie weißt du, wenn wir ihn sezieren? Interessant. Irgends haben statt Blut also Josefkas Blutfiole in sich. Cainhurst Vorladung. Damit können wir nach Cainhurst fahren. Handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um Jagd auszuweiten. M42 M42 Rheinblut sucht Bleichblut, um Jagd auszuweiten. Wisst ihr, wo wir jetzt sind? Wollt ihr wissen, wo ich jetzt bin? Pass mal auf. Das ist eher die erste Laterne im gesamten Spiel. Was? Damit können wir zum Holy Diver. Ja, ich glaub, ich hab noch ein bisschen Angst davon, nach Cainhurst zu gehen. Ehrlich gesagt. Der ist doch Anor Londo. Das erkenne ich doch von hier aus. Ich hab meinen sechs Tage lang nicht aufgemacht, denn in diesen sechs Türchen waren zwei verschiedene Sachen drin. Ja. Beim Lindert-Wetzler sind halt auch nur die kleinsten Lindteile, die sie haben, drin. Manchmal noch ein paar Lindor. Ah, die sind dann schon der Jackpot. Am Nikolaustag. Ich weiß nicht, was da drin war in dem Lindert-Advance-Kalender. Ein fucking winziges Lindor und dazu noch ein Gutschein für irgendwas. Kommunion. Meine Erstkommunion. Juhu. Ich hab einen Schnaps-Kalender, der geht klar. Das Gefühl, das wäre für jeden Tag auch ein bisschen zu viel des Guten. Ich bin durch die Tür gegangen. Was sollen wir machen? Gehen oder kämpfen? Mann oder Maus? Ihr sagt, ich sollte gehen. Okay. Ich hab letztes Video über Türen in Videospielen gesehen. Dass sie dumm zu machen sind und sowas. Aber wisst ihr, was eine interessante Sache an Videospieltüren ist, die mir auch noch nie aufgefallen ist? Ist euch bewusst, dass Videospieltüren fucking riesig sind? Und zwar immer. Sie müssen nämlich viel höher sein, als es eine richtige Tür wäre, damit die Kamera nicht seltsam herumwackelt oder so, wenn sie durch die Tür mit durchgeht. Das ist, finde ich, faszinierend. Ich hab darauf geachtet, weil ich dachte mir, ja, shit, Türen im Videospielen sind riesig. Schau euch das an, wie hoch das ist. Warum ist hier eine 2,50 Meter hohe Tür? Wenn man die Kamera mit durch kann. So, ich sehe nichts. Keine Sorge, ich sehe genauso viel wie ihr. Ich meine, mit der Tür müssen wir gar nicht erst anfangen. Ah! Sie ist viel zu stark für mich. Klingt an eine Herausforderung, die ich, äh, der ich mich stellen werde. Pfff! Das ist volle Bude, ein schwerer Kampf, gute Frau. Oh Gott, sie hat erkahntes Zeug. Hör auf damit. Das macht so viel Schaden, wenn du mich damit erwischst. Ah! Ih! Shit, nein! Oh, 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 oh. Du kannst dich heilen! Gott, ich hasse Jägercamp in diesem Spiel. Ich hätte schon wieder fast vergessen, dass die so fucking unerträglich sind, weil die Gegner sich heilen können. schon mal. Oh Gott. Nein! Hat sie den Gehstock als Waffe? Oh mein fucking Gott! Ich weiß, dass ich mich auch heilen kann, aber komm schon, ich bin der Spieler, ich soll... Oh mein Gott! Ich mag das überhaupt nicht. Komm schon. Weh, du heilst dich nochmal, ich hab nämlich selber keine Heilung mehr übrig, langsam. Nein! Nein! Fuck, was ist hier das? Ich geh da nicht nochmal hin, was ist das für ein Schwachsinn? Ich hab alle meine Heilung verbraucht. Damit sie am Ende diesen fucking cheapen Angriff macht. Gott! Äh, kann ich dem Typ dann jetzt eigentlich die Einladung nach Cainhurst zeigen oder so? Da meint ja jemand was. Geht mir mal besser ein bisschen Heilung. Ich hab gerade ne Menge verbraucht. Oh mein fucking Gott! Nein, der braucht ne eigene aus der verlassenen... Da ist ne Einladung in der verlassenen Werkstatt! Wo ist in der verlassenen Werkstatt ne Einladung? Ich weiß, dass die Einladung für mich war, aber wo ist dann die andere? Gott, dieser dumme Kampf! Sie ist einfach achtmal geheilt und dann... Vor allem... Ich mein, okay, sie können sich heilen, das an sich ist schon ziemlich shit, aber... Warum haben sie zusätzlich noch unendlich viel Munition und alles? Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Oh, die Frau Alfred bekommen man im Logarius-Kampf. Oh, okay. Aber gut, bringen wir den Wald hinter uns. Wir sind ein paar Umwege gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit! Ich weiß nicht mehr ganz, wo man entlang geht, ehrlich gesagt. Aber wir finden den Weg schon. Ich glaube, man geht hier oben entlang. Wird da ein bisschen von Hunden belästigt. Ah nein, warte, wir gehen außen rum. Jemand wird nämlich die Tür schließen. Geben wir Echos wieder zurück. Ich habe nicht eine Menge verloren vorhin. Nicht eine Art von Streamplan. Samstag und Sonntag ab 9.30 Uhr. Üblicherweise Samstag ist der Isaac. Beziehungsweise aktuell immer, aber... Wahrscheinlich nicht für immer so bleiben, aber aktuell ist am Samstag immer der Isaac-Stream-Tag. Und ja, ich werde auch nächste Woche streamen fürs Protokoll. Wir werden nächste Woche den Streamplan nicht vernachlässigen. Oh Gott, nicht du! Oh, das war ein schneller Angriff. Oh. 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 Dankeschön Ach, Geist, du machst einfach so wenig Schade Nur Neuigkeiten Nein Oh Das hätte nicht klappen sollen, aber okay Wir haben ihn Es ist echtes Weihnachtswunder Kriegt er nicht rein Weil kann man da nicht irgendwie rein Hier kann ich rein Natürlich kann man da rein, da war ein Item drin Das habe ich doch sogar gesehen Das Bäschengebrüll Können wir leider nicht verwenden Oh Gott, die Dächer Okay, los geht's Zeit für die Dächer Man könnte hier gegen die Gegner kämpfen Aber ich bevorzuge die Oh Gott, oh nein Oh nein, die leben noch alle Die sollten nicht leben Okay Wir haben es überstanden Das heißt, wir kommen langsam zum Schlangenteil des Waldes Ich bin nicht bereit für den Schlangenteil, aber bekommen wir hin Ich kann es wenigstens noch gratis den Gegner mitnehmen Der aus irgendwelchen Gründen Den ganzen Tag nichts anderes vorhat, außer diese Wand anzustarren Was wollte das verfluchte Blut in ihm sein? Gott, ich weiß die Zwingungsblutsteinscherbe echt zu schätzen Ich glaube, ich hätte gerne ein paar Blutfionen langsam mal Ich weiß nicht, wie viel ich noch übrig habe Hey, hey Hey, au Und wieder mal hat der Schild nicht geklappt Okay, dieser Typ da oben muss dringend damit aufhören Ich bekomme nur Quecks zu übergucken Das ist immer das Enttäuschendste Man killt den Gegner Und denkt sich, oh shit, jetzt werde ich irgendwas Jetzt werde ich endlich Heilung bekommen Und es sind immer Quecksilberkugeln Nein, auf Es sind immer fucking Quecksilberkugeln Ganz vorsichtig Kann man eigentlich selber mit der Kanone schießen? Yes Ganz recht Haltet euch fern von mir Mit der Kanone kann man nichts machen, oder? Ich meine, ich weiß, du schätzen, dass es geht Aber sie ist echt unnütz Oh Gott Habe ich selber damit getötet Das geht überhaupt nicht Okay Oder? Nein, wobei, ich schieße erst ein bisschen später Könnte man also Bedienen und dann Ja, ja, okay Ja, das geht definitiv So, hier gab es irgendwo eine Bazooka zu holen Ihr werdet natürlich jetzt sagen Oh, das ist kein Bazooka, das ist irgendwas anderes Aber glaub mir Oh, und hier gibt es auch den einen optionalen Boss Den ich nie gemacht habe Beziehungsweise nie geschafft Und ich mochte ihn auch nicht Dann mach jetzt Der ist noch nicht da Ich weiß genau, was man dafür machen muss, aber Irgendwann kann man da so einen Penner oben spawnen lassen Den kann man, äh, killen Außer von, äh, Milchverbot, äh, drei Monate Resub Wie viel lieben Dank Dafür muss ich dann aufs Dach, wie komme ich aufs Dach nochmal rauf Das spüre ich immer so dunkel Giftmesser sind hier Weil die Giftmesser sind nicht, wofür ich hier bin Ich hab sonst nie die Fackel verwendet Aber aktuell bin ich irgendwie Nur um Fackel rauszuziehen Noch mehr Giftmesser Oh, blimey, don't scare me like that On a night like this, I took you for a monster Oh, thank the stars, you're fairly normal Was it you who put down that awful beast? Oh, that thing had me trembling Frozen in me boots And then you came along Ich kenne einen gewissen Zufluchtsort Das ist nicht so viel Wird er alle in der Kapelle umbringen? Das ist ja was, wenn er die Oma umbringt Wird es mir das wert sein Nein, ich will sehen, wie er die umbringt Das kenne ich ehrlich gesagt noch nicht Das würde ich doch zu gerne mit eigenen Augen sehen Und hier ist die Bazooka Beziehungsweise die Kanone Was auch immer das war Die Kanone Man kann die für relativ viel verkaufen Wenn du ihn lässt, bringt er jeden um Oh Ich sag's euch Ich werde einfach Ich werde ein blindes Auge haben Wenn es um ihn geht Oh Ich bin gespannt Wenn er nicht alle umbringen wird Werde ich so enttäuscht sein Oh Gott, der zu viel HP Der alte Schlangenkopf Nein, Schlangenkopf Okay Dann gehen wir weiter Hier ist der Typ Den wir einfach mal gezielt ignorieren werden Ah, hier oben macht man den Shortcut frei Ja, wir stehen jetzt zu Eimerköpfen Ich weiß, dass es irgendeinen Glitch gibt Mit dem man die Kanone unendlich oft benutzt kann Habe ich mir noch nicht angeschaut Aber will ich irgendwann mal machen Dann nehme ich soweit ganz lustig Eimerköpfe haben nämlich die Eigenschaft Dass man sie sehr leicht töten kann Ah, ein neues Gesicht, oder? Ja, hier oben ist ein Und ein gewissiger Schleiter Es ist ein gewissiger Schleiter Es ist ein gewissiger Schleiter Ich bin Volter, der Schleiter der Schlangenkopf Na ja, ihr seid ziemlich gut dabei, wie man scheint. Ja doch, ich glaube, bei der Liga bin ich gut aufgehoben. Ich kann nicht online gehen, ich habe das letzte Update nicht installiert. Dieser Typ. Was mir am meisten gefällt, ist, auf seinem Kopf trägt er einen Eimer, in dem ein Loch ist. Aus irgendwelchen Gründen. Aber ich weiß, was gegen die Dunkelheit sonst dem Spiel helfen kann. Man kann diese kleine Laterne kaufen, fällt mir gerade ein. Wisst ihr was, wir gehen direkt weiter. Nein! Moment, ich habe genug Zwingen, Scherbo, um die Axt abzugraden. Machen wir das. Denn ich glaube, wir werden jetzt direkte Strats zum Bossgegner rüber gehen. Zum Boss rüber. Das wird bestimmt gut laufen. Äh, was will ich leveln? Stärke würde mein Damage noch ungemein erhöhen. So was, das mache ich. Das genehmige ich mir. Schon in diesem NPC kriegt er sich verwandelt? Nein. Wir werden erst sehen, was er noch alles für Schabernack treiben wird. Axt plus 6. Hey, oh. Der ist tatsächlich okay. Ein tatsächlich okayer Blut-Edelstein. Der ist schneller Gift-Effekt plus 9,6. Okay. Der ist nicht ganz so gut. Aber hey, die Waffe, die Axt, wurde jetzt ein gutes Stück stärker. Jetzt kommt der Wald. Jetzt kommt der gute alte Wald. Ich glaube, da könnte man auch schon die ersten Blutbrocken mitnehmen. Aber ignorieren wir mal. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr ganz, was der Weg durch den Wald war. Ich weiß, dass ich mich nicht im Wald weiter umschauen will. Denn sonst vergehen Jahre und ich mag den Wald nicht. Aber ich schenke mich, dass ich den Wald nicht so ähnlich mag. Aber übrigens eine Sache, die man machen kann bei ihm, falls ihr euch wundert. Man kann ihn aggro machen, indem er ihn ein paar Mal schlägt. Und während er einem hinterher rennt, geht man hier runter. Man fällt mit dem Fahrstuhl runter. Und er rennt einfach so schnell, er kann nach vorn und dann fällt er in den Tod. Und er klatscht mitten auf dem Boden und stirbt. Das ist ziemlich lustig. Ich weiß, wie ich nach Cainhurst gehen kann. Was sind das für fucking Tipps? Ich habe eine Menge Bloodborne gespielt. Ich weiß, wie ich in die Gebiete komme. Ganz ruhig bleiben, Bosa. Ich finde sogar meinen Weg durch das hier halbwegs. Mehr oder weniger. Da wäre übrigens ein riesiges Schlangen etwas. Aber davon halten wir uns fern. Aus diversen Gründen. So, warte. Wie geht man jetzt hier nochmal weiter? Au. Ich glaube, einfach geradeaus. Ich weiß nicht, ich habe die Orientierung verloren, aber das ist okay. Ich bekomme das schon hin. Mach doch nur Deathrun, wenn du es so gut kennst. Das heißt nicht, dass ich es gut spielen kann. Es ging um den Fund deuter zweiten Einladung. Meinst du, der mir schon vor einer halben Stunde gesagt wurde? Und von dem niemand redet? Oh Gott. Immer schön weiterlaufen. Davor sehe ich nämlich ein Schwein. Und das Schwein... Äh... Jetzt gibt mir den Stoff, den ich haben will. Und das sind ein paar, ähm... Blutviolen. Rechtschwein! Yeah. Nicht so viele Blutviolen, wie ich mir gewünscht hätte. Oh, Blut Edelstein auf drei? Erster Stoff. Ah, Gott. Ich bin nicht ganz... Ich bin nicht ganz bereit für das, was uns erwartet. Aber mal schauen, wie es laufen wird. Mal schauen, wie es laufen wird. Also von Dava Q, äh, 29 Monate. Resub. Viel, viel lieben Dank. Machen wir das. Das war schon mal ein guter Anfang, soweit, wenn ihr mich fragt. Au. Au. Komm schon. Dankeschön. Oh, mein fucking Gott, dieser Kampf. Yes! Der erste Stone. Äh, ich weiß noch nicht ganz, wie ich jetzt am besten weitermache. Ehrlich gesagt. Ach, Gott. Jetzt gefällt mir überhaupt. Nein! Nein! Ich habe den guten Anfang hinbekommen, aber jetzt irgendwie... Läuft's nicht mehr so gut, aber wir haben ihn. Jetzt gehen wir zu ihm. Nach einem Schlag versucht er immer, äh, abzuhauen. Das heißt, einmal R1, einmal dodgen lassen und dann wieder R1. Und er kann nichts machen. Größtenteils. Scheinbar. Scheinbar versucht er es trotzdem und... Oh! Was halte ich dir davon? Guter Kampf, würde ich einfach mal sagen. Nicht optimal, aber... Ruh! Ruh! Ja, wir gehen recht weiter zur nächsten Laterne. Das schwerste Spiel der Welt. Einfach gemeistert. Yeah. Nein, weg. Nein! Nein! Der lebt doch! Stirb! Puh! Der alte Müge hat es wieder mal geschafft. Da vorne ist gleich die Laterne. Okay, da ist sie. Oh, Byrgenwerth. Davon habe ich eine Menge gehört. Bei Byrgenwerth gibt es auch einige nervige Gegner. Äh, wir werden ein paar... Oh, Gott, es gibt vor allem einen gewissen nervigen Gegner. Uff! Stimmt, ja, keine Lust, aber wir schaffen das. Ah, was können wir machen? Oh, damit können wir Geschicklichkeit skalieren, plus zwölf machen. Das Scaling erhöhen, was ganz cool wäre. Machen wir lieber dauerhaft einen GP-Gewinn, plus zwei. Okay. Bloodborne ist atmosphärische... Atmosphärischere... Atmosphärischere Dark Souls. Gott, das ist schwer auszusprechen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Aber wahrscheinlich nicht. Äh... Was ist für ein Fall der Fälle mal einen Molotow-Cocktail ausrüsten? Für den nächsten Kampf. Wollen wir den Meteor tausend Füßler bekämpfen? Natürlich werden wir ihn bekämpfen. Komm schon, was ist das für eine Frage? Byrgenwerth ist so ein seltsames Gebiet. Man geht irgendwie zwei Minuten wohnt lang und dann kann man einen Shortcut aufmachen. Apropos, ist jemand traurig darüber, dass wir viel vom Wald geskippt haben? Die Antwort ist natürlich nein. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Atmosphäre in Dark Souls 1 ziemlich stark war. Gott! Absoluter Wahnsinn. Sie haben letztens irgendwie so eine neue Tausendfüßergartung irgendwo in Australien entdeckt. Oh mein Gott! Könnt ihr wenigstens einen anderen Angriff mal machen, als der, der mir so viel Schaden macht? Ist irgendwie einer, der 10.000 Füße hat. Und das ist das Ende der Geschichte. Ich habe es nicht genauer gelesen, aber mir wurde der Artikel ein paar Mal vorgeschlagen im Newsfeed. 1.300, aber knapp. 1.300, 10.000, wo ist da der Unterschied? Komm schon. Das ist aber kein Tausendfüßler mehr. Doch, klar. Tausendfüßler. Das ist die Definition. Ich hasse es. Nein! Oh Gott, nein. Meine Einsicht. Oh mein Gott, der macht super viel Schaden. Was? Der macht so viel Schaden? Es sind aber 1.300. Ja, ist ja ja... Komm schon. Es zählt trotzdem noch als 1.000. Das wird ziemlich fürchterlich gerade. Bleib stehen! Dankeschön. Ah, du lebst! Mitten aus dem Flug herausgeklatscht. Ich dachte, Rom ist eine Spinne. Das ist eine Stadt. Oder ein Reich. Je nachdem. Nein! Stimmt nicht! Nein! Gott, ich gehe nicht mehr zu dem hin. So ein Schwachsinn. Er hat halt so cheap, der Angriff. Und dass er eben auch noch mit einem Angriff killt. Ja, nicht nochmal hin. Ich werde mich nicht nochmal ausschlürfen lassen. Ihr könnt das von mir aus machen. Aber ich nicht. Nein, nein, nein! Spalten wie das Holz. Ich habe gesagt, ich gehe nochmal hin. Nicht nochmal hin. Ich habe mich ja erst entschieden, okay? Nein! Nein! Er hat mich nicht befreien. Nein! Gott! Warum kann ich mich nicht befreien? Ich wollte nicht runterkicken. Gott! Na, nicht ganz so geplant, aber okay. Nein! Ich will jetzt killen, okay? Okay. Oh mein Gott! Kann man die auch Süßigkeiten-Rupsen schicken? Warum versuche ich es überhaupt? Okay, wir sind... Nein! Ich will nicht mehr zu ihm rüber, aber es pisst mich auch so sehr an. Außer von Maxima ein 9, 16 Euro. Kann man die auch Süßigkeiten-Boxen schicken? Äh, nicht wirklich. Aber ich habe das Gefühl, ich habe auch mehr als genug. Äh, wie viel lieben Dank. Ich sehe schon. Ich habe die Shadows im First-Tray geschafft, aber jetzt... Jetzt ist jeder... Jetzt weiß jeder wieder, wie... Wie das Spiel besser funktioniert. Vor allem mal melden sich die Beta-Gamer zu Wort. Absolut schwach. Mehr kann ich dazu nie sagen. Wenn ich nicht so viele Leben hätte. Und ich bin tot. Okay, ich gehe jetzt wirklich nicht mehr zu ihm hin. Es ist wirklich dämlich. Es ist wirklich, wirklich, wirklich dämlich. Es ist mir wirklich zu blöd an dem Punkt. Na ja, und jetzt schlüpft noch mal die ganze Einsicht. Wie viel Einsicht habe ich jetzt verloren an ihm? 20 oder so? Oh, mein fucking Gott. Ich denke, ich habe genug Einsicht eingebüßt. Beruhigungsmitte. Das hilft gegen den Wahnsinn. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ihr denkt euch, oh, da ist er wieder. Aber ich will nur das hier mitnehmen. Und dann gehe ich wieder. Mehr, mehr habe ich ihn nicht zu suchen. Okay. Schau euch den schönen See an und den Mond. Ist er noch hinter mir? Nein. Das ist nicht eine atemberaubende Gegend hier. Nicht wirklich. Das sind ja mehrere Gegner. Okay, dann ist wohl, äh, Meteor, tausend Füßler Zeit. Dazu sollte ich vielleicht sagen, er hat, äh, er hat mehr und weniger mit dem Klaffdrachen. Er spuckt sogar, er kotzt sogar irgendwas. Oh, oh. Und er ist nicht so schwer zu bekämpfen. Der war echt nicht so schwer zu bekämpfen. Oh, 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 oh. Das explodiert, oder? Und gerät mir auch nur 1400 Echos und ein Hund gibt 500? Das war in jeder Hinsicht komplette Verschwendung. Oh, ein Beruhigungsmittel. Außer von Siruptrinker, elf Monate. Resub, will wir dem Dank. Der Klaffdrache leid. Yeah. Was liegen hier für Items? Großartige Weisheit. Nein! Oh Gott, er hat mich nicht erwischt damit. Er hat mich nicht erwischt. Aus irgendwelchen Gründen. Habt ihr es gesehen? Und verrückte Weisheit. Man kann übrigens über den Meteor-Knaben einfach hier rüberspringen und dann da drin landen. Und da beginnt dann der Bosskampf. Aber das ist nicht von mir. Hier ist übrigens der Shortcut, der aus irgendwelchen Gründen hier ist. Wenn ich den See sehe, dann brauche ich keinen Mehrwert. Pass auf, wenn wir hier hochgehen, dann marschiert der Typ hier los und wir wollen uns einen kleinen Vorteil ihm gegenüber ermogeln, okay? Und dafür müssen wir ein bisschen Zeit schinden. Ich muss gleich auch mal so dringend aufs Klo. Ich glaube, vor dem Bosskampf muss ich aufs Klo, denn der Bosskampf dauert Jahre. Und da dreht er um. Kleiner Spaßfakt am Rande. Für die heiligen Tage werde ich ja wieder Horizon spielen. Ich denke, das wird super. Ich freue mich auch sehr auf Teil 2. Wann kommt Teil 2 eigentlich raus? Beziehungsweise ich freue mich auf Teil 2, seitdem ich erfahren habe, dass Teil 2 auch für die PS4 rauskommen wird. Schau euch die leckeren Kissen an. Oh ja. Jetzt so ein Kissen. 18. Februar. Was? Am 18. Februar kommt Horizon und am 25. Elden Ring. Die fucking zwei Spiele, auf die ich mich freue. Komm mit in einem von einer Woche. Und dann das ganze fucking Jahr nichts mehr. Gott. Warum müssen die in einem von einer Woche kommen? Es ist überhaupt zu wenig Zeit für beide. Sehe ich schon, das kann heutzutage wohl jeder. Man will hier übrigens in dem... Gott, in dem Couchkreis gegen ihn kämpfen. Dankeschön. Oh, er hat den Flammenwerfer. Komm noch mal her. Nein, ich war zu spät. Nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. wenigstens heilt er sich nicht. Das macht ihn als Gegner so viel erträglicher. Stattdessen kann ich mich einfach durchheilen. Oh mein fucking Gott. Ich hasse diesen Gang. Ich war doch so kurz davor. Ich wollte ihn sparieren, aber ich kann nicht. Also von, äh, Lucy, äh, Orange, äh, zwei Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Wieso Stress? Läuft er nicht weg, die Spiele? Kann mir erst mal das eine ausgiebig durchzocken und danach aufs andere stürzen. Ich werde halt Horizon nicht zum Launch spielen werden, äh, spielen. Weil eine Woche viel zu wenig Zeit dafür wäre. Das heißt, keine Ahnung, wann ich dazu kommen werde, das zu spielen. Ein Hit entfernt. Ja, ich dachte, ich kann ihn noch so rausholen, aber ja. Einfach Zeit haben. Ich will nicht so. Oh Gott, ich habe keine Heilung mehr. Sehe ich gerade. Ah, ich spiele Spiele nicht so viel am Stück oder so. Das rechne ich aus, halt von den Streams dann immer. Ich hätte, ich hätte die Zeit, das zu spielen. Das ist nicht das Problem. Nur keine Lust, irgendwie zehn Stunden irgendein Spiel zu spielen. Am Stück oder so. Das ist das Gefühl, da bin ich zu wenig Gamer für. Gott. Dankeschön. Gott, der Visceral Angriff macht mir doch so schade. Gott. 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 L2! Yes! Wir haben es geschafft! Das blaue Elixier. Das ist was wert. Die Schüleruniform. Das sieht überhaupt nicht dumm aus. Das gefällt mir nicht. Ich muss das irgendwie passender gestalten. Ich brauche einen Zylinder dazu. Und Jägerhandschuhe. Ich bin bereit für den ersten Schultag. Der Lunarium-Schlüssel. Oh ja, den Schlüssel muss man ja sogar mitnehmen. Ach, yeah. Will ich den Boss direkt schon machen? Ich glaube, ich werde nochmal kurz zurückgehen und schauen, dass ich noch ein paar Blutviolen kaufe. Ich sehe dich. Nein! Ist das dein erster Run blind? Nein, was? Nein. Oh, ich bin so fucking tot. Gott! Oh Gott. Ich hasse diese Stelle. Warum bin ich überhaupt hochgegangen? Ich glaube, ich habe Bloodborne allein im Stream für, keine Ahnung, 150 Stunden gespielt oder so. Hier oben ist ein Item, das ich nie verwenden werde. Wir gehen auf jeden Fall zurück. Ich gehe ein bisschen Heilung holen. Und dann gehen wir zum Boss. Naja, das ist mein erstes Videospiel. Warum? Gibt es das Problem damit? Nein, ich habe nie ein Bloodborne Speedrun gemacht. Ich wollte mir mal Any% run, habe ich... Es war sogar dieses Jahr ein bisschen angefangen, mir anzuschauen, aber... Also habe ich schnell aufgehört. Nicht so wirklich Lust, aus irgendwelchen Gründen. Beziehungsweise nicht mehr. Naja, dann wiederum, ich weiß warum. Dieser dumme Wehrwollf ist am Anfang schon so anstrengend. Also wir holen, ich gebe mir 47, was soll's. 47 Blutviolen sollten erst mal ausreichen. Okay. Zeit für den Bosskampf. Dieser Run hat so viel an Geschwindigkeit verloren. Mein Gott. Aber ich bin mir sicher, ab jetzt werde ich das Momentum wieder zurückholen. Hattest du nicht eine Liste mit Spielen, die du noch spielen willst? Gibt's die irgendwo? Hä? Inwiefern? Meinst du im Stream? Na generell... Generell habe ich nämlich eine Liste da oben in meinem Kopf. Ich habe eine Liste mit Spielen, die ich gespielt habe. Aber nicht mit welchen ich spielen will. Schau ich den an. Mit seinen... Er hat ja auch die... Er hat ein edles Metallteil vor seinen Augen. Oh, danke. Für die Einsicht. Er ist somit eine schlechteste Personin auf der Welt. Ich glaube, er ist irgendwie zum großen Teil dafür verantwortlich, dass die Welt fürchterlich ist. Dementsprechend. Sein Schaukelstuhl hat ihn nicht geschützt. Auge. Okay, los geht's. Der Opa soll sogar mal ein Boss werden, glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Pass mal auf, wir können jetzt eine nette Sache machen in diesem Kampf. Und zwar, wenn wir... Ich habe jetzt an der rechten Hand nichts ausgerüstet, okay? Und ähnlich noch an die Breeze-Blood-Pallets. Man macht mehr Schaden, je mehr Combo-Zeug man hinbekommen hat. Wir können uns hier ein bisschen ermogeln. Indem ich einfach rum ein bisschen... Ich hätte wahrscheinlich erst die... Oh, ich hätte erst die Spinnen killen müssen. Die Reihenfolge war falsch. Die Reihenfolge war falsch! Ich dachte, die kommen erst bei Phase 2... Oh mein fucking Gott! Ich hasse dieses Spiel so sehr. Also, das ist soweit ziemlich gut gelaufen. Ich hatte das Glück, dass ich von 2 gleichzeitig angegriffen wurde. Das ist immer sehr spaßig. Bei dem Kampf ist auf jeden Fall das Wichtige, ihn so langsam zu machen, dass er nicht mal ansatzweise Spaß machen könnte. Und dann macht man den Kampf richtig. Ich hasse diesen Kampf. Er wollte auch nur in Sterblichkeit erlangen mit der Hilfe von dem Blut der alten Götter. Aber wenn das wirklich falsch ist, dann möchte ich nicht richtig liegen. Heutzutage ist ja alles falsch. Nicht mal mehr das Blut der alten Götter darf man sich edizieren. Die Sache an den Spinnen ist, dass ihr Hinterteil sehr verwundbar ist und ihr Kopf nicht so sehr. Generell machen sie nicht allzu viel, aber wenn sie mal angreifen, dann ist es echt anstrengend. Außerdem, weil Rom so ein göttliches Wesen ist und kein, keine Ahnung, keins von diesen Biestern, ist Roms Schwäche übrigens der Elektrizität und nicht Feuer. Warum geben die eigentlich keine Seelen? Würde wahrscheinlich zu viel Spaß machen, wenn sie das tun würden. Dann würde ich sagen, ich habe die Taktik nicht vergessen. Schaue ich an, wie das Biest-Meter weiter voll wird. Wenn es ganz voll ist, dann schlagen wir zu. Blitzpapier. Ich habe den Kopf erwischt. Oh mein fucking Gott. Mit dem Aufladen der A2 habe ich den Kopf erwischt. Und ab jetzt greift Rom auch an. Oh Gott. Das heißt, wir müssen die alte Spinne auch ein bisschen im Auge behalten. Man könnte es natürlich so direkt rüber rennen, aber ich glaube mir, man verliert viel Zeit damit, dass man schlicht und reifend stirbt. Dementsprechend werden wir viel Zeit verlieren, indem ich einfach die Spinnen versuche zu bekämpfen. Ich wünschte, ich würde eine erwischen. Oh Gott, nein! Und ich hasse diesen Kampf so sehr. Man kann halt echt nicht viel machen, um den Kampf zu beschleunigen. Ich meine, man könnte, man kann ihn generell besser machen, aber keine Ahnung. Ist riskant. Ich habe es oft versucht, den Kampf risky zu machen, dann bin ich gestorben und dann habe ich so viel mehr Zeit verloren, weil ich einfach 20 Mal neu anfangen muss. Oh Gott. Aber gute Neuigkeiten. Wir haben es gleich. Und jetzt werde ich einfach nur ganz normal zuschlagen. Das ist nicht gut. Ich hasse diesen Kampf so sehr. Vor allem sind... Wenn man nah dran ist, kommen wir noch so Shit-Angriffe, denen man kaum ausweichen kann. Jetzt sind wir in Phase 3. Das heißt, wir haben nochmal eine letzte Runde Spinnen. Und dann können wir den Kampf in die Alpha beenden. Und immer schön rum im Auge behalten. Was die alte Spinne macht. Mein fucking Gott. Warum müssen es auch zusätzlich noch diese dummen Spinnen sein, die... die einfach alle auf einen zuspringen. Ich sage es euch, wenn mir die Heilung ausgeht, werde ich nicht begeistert sein von diesem Kampf. Da werde ich nicht begeistert sein. Ich mag es auch, dass, glaube ich, seit 10 Minuten niemand mehr im Chat was geschrieben hat. Das macht diesen Kampf so viel aufregender. Warum müsst ihr gerade alle auf einem fucking Haufen sein? Ich habe nicht mehr mehr Heilung übrig. Das ist halt spannend, ja. 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 Ich wünschte wirklich, dieser Kampf wäre nicht im Spiel. Ich wünschte es so sehr. Das Spiel wäre einfach nur objektiv besser, wenn dieser Kampf nicht da wäre. Warum springst du aufzuspringen? Wenn ich wenigstens Spinnen bekämpfen könnte. Ich glaube, ich bin tot. Wenn ich wenigstens fucking Spinnen bekämpfen könnte, ohne dass alle zwei Sekunden ein anderer Angriff kommt. Okay. Mal schauen, wie ich noch meine restlichen Leben verlieren werde. Und hier gibt es nochmal Chalice Dungeons. Ich weiß, ich habe die Dungeon-Version auch ein paar Mal bekämpft. Einfach vorsichtig sein. Nein. Nein. Kann ich nicht näher ran. Das ist ein Hit. Du scherzt es bitte nicht. Oh mein fucking Gott. Nein. Warum drehst du dich immer mit deinem dummen Kopf zu mir? Warum kann ich dich nicht einfach wenigstens angreifen? Warum nimmt quasi keinen Schaden am Kopf übrigens? Man darf den Kopf angreifen, aber es passiert nichts. Man macht, glaube ich, pro Hit dann einen Schaden oder so. Oh Gott. auf daneben. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich bin gleich tot. Ich weiß noch nicht, wie man überhaupt vernünftig an den Boss rankommen soll, um ihn anzugreifen. Ich verstehe wirklich nicht, was... Ich verstehe nicht, was irgendwas an diesem Boss soll, ehrlich gesagt. Ich kann rangehen, einen Schlag machen und dann wieder abhauen. Ne, hier übermütig werden. Ich habe keine Heilung übrig. Das war der längste Kampf meines Lebens. Und ich habe null Heilungen. Aber hey, gute Frau, kannst du mir vielleicht zeigen, wie ich hier rauskomme? Der Weg. Wo geht es entlang? Da ist ein Kabel am Boden. Ich bin mit dem Stuhl komisch drübergerollt. Oh, das ist die Szene, die ist super seltsam. Kann Mergo mal die Schnauze halten? Rom ist ein Kind des Kosmos, das ist quasi eine Gottheit oder ein Abkömmling der Großen. Weißt du, was Rom in erster Linie ist? Der fucking schlechteste Boss im Spiel. Jetzt können wir die Amygdalas sehen. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, weil die Tür direkt offen ist, aber wenn man vor der Tür stehen bleibt, kann man, da wir den einen Stein haben, können wir mitgenommen werden. Und weggeworbt. Wo ist der ein schlechter Boss? Willst du mich verarschen? Und weg den Mundpatches, es gibt hier gerade wichtigere Dinge. Wo ist rum ein schlechter Boss? Ich würde sagen, wir nutzen kurz die Laterne und hauen ab, denn ich habe null Heilungen. Ich persönlich hasse Mikulasch mehr, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, aber Mikulasch ist, ja, ja, Mikulasch ist auch ein bisschen nervig, aber wenigstens Charakter. Rom ist halt einfach nur, ja, sind beide nicht optimal. Aber einer ist sehr viel schlimmer als der andere. Oh, schau ich den Himmel an. Uh, schick. Sind auch schicke Säulen überall. Ich natürlich noch, als ich 47 Echos gekauft habe, äh, Blutfühungen gekauft habe und meinte, oh ja, das wird erstmal reichen. Hat es nicht. Es hat nicht gereicht. Okay, Lawrence ist auch ziemlich fürchterlich, aber Rom ist halt, yeah, es gibt ein paar fürchterliche Bosse. Rom ist halt definitiv einer davon, okay? Gibt es einen guten Weg, Kanalpunkte loszuwerden? Ich habe 7200, weiß nicht, was ich machen soll. Äh, üblicherweise ist es ein guter Weg, die Kanalpunkte zu ignorieren, so wie jeder andere auch, weil sie belanglos sind. Das ist zumindest was ich üblicherweise mache damit. Das klingt jetzt erstmal ziemlich aufregend, aber glaub mir, es ist der richtige Weg. Der alte Pätschers. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es muss so ein Pätschers. Du bist in meinem Geld, du weißt. Du bist nicht ein Bästchen des Feldes, aber hier bist du, mit den Gästen mit den Gästen. Mit dem werden wir später noch reden Ich werde Ich habe halt wirklich nicht vor Auch nur eine Sekunde meines Lebens Für Kanalpunkt Belohnungen zu opfern Ich habe Sinn davon, dass sie Zusätzlich noch hinzugefügt haben, dass man Wetten machen kann Was sowieso jeglichen Wert von Kanalpunkten Komplett bedeutungslos macht Oh, hallo Das ist ein Student BWL habe ich gehört Schlüssel zum Unterrichtshörsaal Ah ja Der Hörsaal während der Covid nicht so voll Da liegen ein paar Tote am Boden Die das Bedürfnis hatten Trotzdem hinzugehen So, was haben wir hier Was war nochmal der Gegend? Ich glaube hier gibt es absolut nichts zu sehen Rotes Gelee Ihr denkt euch jetzt Mh, rotes Gelee Wenn ihr rotes Gelee hört Bekommt ihr da Hunger? Was für ein Geschmack tut sich da Was für ein Geschmack Befindet sich da auf eurer Zunge? Ist es Erdbeer? Was Süßes? Vielleicht sogar was Weihnachtliches? Ich denke, rotes Gelee ist Ziemlich lecker Dementsprechend denke ich Dass ich auch ganz gerne Das rote Gelee aus Bloodborne Probieren würde Ehrlich gesagt Mh Totgeborene Kinder Die von einer unbekannten Kreatur Geboren wurden Die in den Ecken Des alten Labyrinths lebt Oh, jetzt ein rotes Gelee Also Erdbeer So habe ich das auch aufgefasst Das ist kein Mutterkuchen Das ist die ganze Kreatur Okay, ich weiß übrigens nicht Wie ich zu diesem Gebiet hier stehe Ich liebe es optisch Ich denke, es ist super kreativ Und super interessant Aber Ich denke, es spielt sich nicht allzu interessant Deswegen, wir werden den größten Teil skippen Dann können wir hier ein paar coole Blut-Edelsteine herbekommen Hey Nein, mein Blut-Edelstein Den hole ich noch Ich weiß wirklich nicht Was das Ganze hier darstellt So, es sind einfach irgendwie Grabsteine Und bei denen Die sind gespalten Und sie sind irgendwie Gefüllt mit Blut und Fleisch Hey Was ist mit dir da drüben? Kann man den nicht runterschießen? Oh oh Der stärker ist, als ich mir gewünscht Da ist ein zweiter Das ist nicht gut Zum Fick war das Das war nicht gut Was war das für ein komischer Angriff gerade? Warte War der da schon immer? Ja, tatsächlich ja Ich wusste es aber gerade auch nicht mehr Ich habe ihn eher zufällig gesehen Aber er will schon Patches runterschießen Er schießt sich der beste NPC Yeah Ich glaube, er kann irgendwie da eine Brücke runterkicken Oder auch Oder sowas Kann er auch irgendwas machen Der gute Patches Er ist nicht ganz grundlos hier Wieder kein Drop Absolut beschämend Absolut beschämend Er macht das, was Patches eben tut Yeah Das macht er üblicherweise am besten Ich werde eigentlich gegen keinen von beiden kämpfen Er war ziemlich erfolgreich An der Front, würde ich einfach mal sagen Oh mein Gott Der andere ist wach geworden Ich habe halt auch keine Ahnung, was die für Angriffe haben Soll ich die jemals richtig bekämpft hätte Oh mein fucking Gott Oh Gott, nein Nein, da drüben Nein, 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 nein Bitte nicht Bitte nicht jetzt Drüben ist nämlich noch jemand, der gerne mal In einem Kampf mitwischen will Hör bitte auf Dankeschön Und da ist er schon Kann ich den da runterkicken irgendwo? Wahrscheinlich Ach ja, die sind zu zweit Ich verschwende schon wieder meine ganze Heilung für nichts Das ist eine PvP-Gegend hier, muss man fairerweise sagen Kommt ihr dahinter? Ja, komm mal her Jetzt stirb Dankeschön Bleihelixier Cool Ich weiß nicht mal mehr, was das bringt, ehrlich gesagt Oh Gott Und da ist er schon der obligatorische Spieler, der es echt lustig findet, mit der fucking Peitsche zu spielen Komm mal her Lauf, warum laufen die die ganze Zeit weg? Es gibt so viele Kämpfe in dem Spiel, die uns so anpissen Was soll das denn? Was ist das für ein Kampf? Er rennt nur weg Ich glaube wir haben ihn Warum stehst du noch? Üblicherweise renne ich an den beiden einfach vorbei Rate mal warum Gott, diese Giga Kämpfe sind einfach so schlecht Sie sind einfach so schlecht Okay Und jetzt haben wir eine Menge Gebiet vor uns Welches Nicht wirklich irgendwas hat Dementsprechend würde ich sagen Er ignoriert Die Ausgeburten der Hölle, die hier herumstehen Natürlich bleibe ich beim Grabstein hängen Ich glaube ich werde nicht genug Heilung haben, um das hier zu überleben Oh Gott, da vorne ist der Riese Finde ich riesig von dir, dass du hier rumstehst und Mit Steinen entwirbst Da oben war noch einer Wir werden das Gebiet jetzt machen So wie ich es immer machen würde Ich habe es so getan, als ob ich es spielen wollen würde Und jetzt werde ich einfach durchrennen Wir gehen einfach immer weiter Und bleiben niemals stehen Ich hasse dieses Gebiet so sehr Welch schicker Hut Er ist nicht ganz so schick wie der verschwitzte Hut Ich bin mir übrigens auch nicht ganz sicher Wie ich Amygdala am besten machen soll Ey, ich meine natürlich den Boss Wer auch immer hier auf mich wartet Ich habe das Spiel Das ist das Problem Ich habe relativ viel Erfahrung in dem Spiel Aber ich habe immer nur mit Zorkleaver gespielt Das heißt, wenn ich mit einer anderen Waffe spiele Bin ich ja Bin ziemlich aufgeschmissen an dem Punkt Ich weiß nicht ganz, was ich am besten machen soll Den da vorne bekämpfe ich übrigens nicht mehr Außer diversen Gründen Hauptsächlich, weil der eine da hinten mich wieder mit Steinen bewirft Ich will echt gerne Gott, der hat meine Hände Nein, ich werde ihn nicht bekämpfen Egal, wie viel Zeug er dabei hat Oh, da unten war so ein Titanit Lizard, glaube ich Das Gefühl, der ist lange weg Ah, ich höre mich nochmal Oh nein, Moment Diese Titanit Lizard Teile sind hier ja riesige Mutanten Oh, die ersten zwei Brocken Okay Hab ich nicht gesehen, hab ich nicht gesehen Lauf, lauf, nein Kann man einfach runter Oh Gott, nein Wir gehen nicht runter im Abwasserplanschen Ludwigs Holy Ludwigs Holy Blade ist nicht Warum sollte das das beste Schwert sein im Spiel Oh Gott, das ist Das ist einfach nur eine falsche Meinung Das ist einfach nur eine falsche Meinung An dem Punkt Fucking Ludwigs Holy Blade Das ist so langweilig Und ist nicht mal stark Ich mag eigentlich keine der Schwertwaffen aus dem Spiel Ehrlich gesagt Sind alle ziemlich mäßig, würde ich sagen Nein Nein, nein, nein Nein Oh Gott Wir schaffen das Holy Blade sieht cool aus Da spielt sie nicht so toll Ich hab das Gefühl Spielt sie nicht unfassbar langweilig Können überhaupt keine so interessanten Kombos oder so damit machen Und ich hab auch nicht das Gefühl, dass es so stark ist Als ich das Spiel zum Beispiel bespielt hab, meinten auch alle Leute Oh, hol dir ein Ludwigs Holy Blade Aber Es ist halt echt nicht so stark Vor allem wenn man es mit sowas wie Sawcleaver vergleicht Was sich viel dynamischer, viel schneller spielt Und dann am Ende auch noch stärker ist Außer von Royal Zwirrige, ne Äh, 13 Monate Resub Wie viel lieben Dank Holy Blade ist nur dags als Fanservice, oder? Ja, quasi So, okay, weil es doch kein Schwert ist Auch nicht, aber es ist eine Waffe aus Bloodborne Also gut Mal schauen, wie gut das hinhauen wird Ich hätte erst hier in der Mitte buffen sollen Komm schon Ich seh nichts Ich seh immer noch nichts Komm schon, lass mich doch Nein Lass mich doch angreifen Ich glaub ich sollte hier auf mehr Range gehen Das ist mich verarscht Triff doch Was? Oh mein Gott Ich glaub ich hasse einfach nur die Axt in dem Verzeihung Okay, warum treff ich nicht? Nein Okay Oh Gott Das hat so wenig Schaden gemacht Warum hat das so wenig Schaden? Oh Gott Gott, nein Lass mich leben Komm schon Komm schon Nein Triff doch den dummen Kopf Aber jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss Übrigens Außer irgendwie versuchen auszuweichen Au Au Okay Okay, ein Treffer Ein Treffer Ein Treffer Ich mein, ich könnte den Bosskampf schießen Streng genommen Aber das wäre zu schwach Das machen wir hier nicht Gerade im Moment Shit Nein Nein Ich lebe es, dass man Oh Gott Ich lebe es, dass man ihn einfach schlicht Und dass man ihn schlicht und greifend nicht trifft Ähm Ich glaube, ich bin mir inzwischen sicher, dass ich die Jägerachs wirklich nicht leiden kann Schau mal vor, wie gut es hätte laufen können, wenn du mehr als ein vierter Mal getroffen hättest Ja Das wäre ziemlich gut gewesen Wäre wenigstens Shortcut Amigdalas, an dem Punkt, ey, du spielst ziemlich gut machbar Das Problem ist nur, dass alles schief gelaufen ist Das ist das, was mir daran nicht gefällt Oh Gott Aber ey, wir haben Shortcut Ludwig fand ich nie so schwer in dem Spiel Vor allem Phase 2 ist relativ, äh Wenn man seine zwei Angriffe kennt, die an Phase 2 machen kann, ist das relativ geschenkt Äh, wir haben auf jeden Fall keine Ressourcen mehr übrig Das heißt, ich werde den Kampf jetzt, ähm, so machen Mach mal was Gutes Nicht das Das ist nichts Gutes Ich denke, ich muss den R2 mit der Axt mehr verwenden Damit scheine ich, äh, gewisse vertikale Angriffe hinzubekommen Yes Komm schon, der Kopf Yes Komm schon Nein Der andere Arm Oh, so weit, so gut Ich habe Angriff gefunden, mit dem ich Amigdala tatsächlich treffen kann An der auf deinen Körperteil jetzt so heilen Nein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das hat so viel Schaden gemacht Ich bekomme zwar kein Visceral-Angriff hin, aber Im Prinzip hier lebe ich Ich wollte die Hand nicht angreifen Wie, wie geht das denn eben? Oh mein Gott Die Range dieser Waffe Warum trifft es nicht? Warum trifft es ernsthaft? Oh mein Gott Oh, das macht mich so sauer Na, ich hätte nicht auf den Kopf gehen sollen Jetzt gehe ich auf den Kopf Oh, oh Ich wollte noch R2 machen, bevor ich, äh Oh Gott Bevor ich den Visceral-Angriff mache Aber das war ein Fehler Hab ich alle getroffen mit irgendwas? Au Was ist das? Was wird das? Was wird das? Okay Okay Das war zu gut Oh, die Range Oh, die Range Guter Kampf soweit. Versuchen wir es nochmal. Aber ja, ich sehe wiederum, ich gewisse Stellen im Spiel gezielt mit Sorg lieber geübt habe, damit ich mich der Scheiß nicht auseinandersetzen muss. Oh mein Gott. Dieses Spiel hat ein paar Stellen, die wirklich nicht spaßig sind. Aber okay. Diesmal schaffe ich es. Wenn nicht, dann habe ich glaube ich keine Heilung mehr übrig. Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe das Spiel seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt. Sorg lieber zerstört manche Bosse aber auch komplett. Sorg lieber zerstört halt, vor allem wenn du noch ein bisschen mit Beast Blood Pallets und sowas arbeiten kannst. Amygdala zum Beispiel. Amygdala ist glaube ich das drastische Beispiel. Der Kampf ist halt in fünf Sekunden vorbei. Oh Gott, nein! Warum triffst du auf den Fall? Hör auf damit! Nein, hör auf. Triff den Kopf. Dankeschön. Aber ich muss die Ranch einfach besser einschätzen lernen irgendwie. Ich weiß auch noch nicht ganz wie. Das war ein Treffer an der Hand. Oh, Kopf. Das war risky, aber es war es wert. Er ist mich auch hoffen. Ich will halt auch immer zu viele Treffer landen. Das ist so verlockend. Das war gut. Oh oh. Das war nicht gut. Lasst euch da nichts einbringen. Das war nicht gut. Das passiert, wenn du hinter dem Boss läufst. Dann springt er hoch und man kann, wenn nachdem Amygdala landet, einmal kurz rollen und dann super leicht in den Kopftreffer landen. Aber wir wollen nicht einfach den Bosskampf schießen. Es gibt auf jeden Fall einen oder anderen cheapen Trick, wenn man den Kampf erleichtern kann. Körperteile wieder geheilt. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, das war nicht gut. Das war nicht gut. Mach bitte einen Angriff, mit dem ich was anfangen kann. Der ist gut. Sehr nichts. Nein. Oh Gott, weg. Nein. 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 Nein, ich komme. Ich muss hier weg. Oh Gott, was ist das? Sehe ihr? Und dann kann man einen Kopfwehrtreffer landen. Weil das ist cheap. Dann wiederum ist das Spiel auch sehr cheap hier gerade. Komm schon noch einmal voll, dann haben wir es. Das hat nicht als Treffer gezählt. Das ist ziemlich cool. Das war ein Treffer. Hör auf, das Zeug rauszuschütteln. Yes. Warum war der Arm unverwundbar? Spiel. Warum tust du das? Was? Ich habe es ja nicht zu spüren. Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich bin tot. Ich kann, ich kann dir nicht ausweichen. Ich hätte jetzt nicht überleben sollen. Aber wir nehmen den Sieg dankbar entgegen. Dieser Kampf, wenn man versucht, ihn richtig zu machen. Oh mein Gott. Wir haben es überstanden. Ich würde sagen, mein drittliebster Bloodborne-Bosskampf. Oh mein Gott. Der ist übrigens optional. Man muss ihn gar nicht machen. Man kann ihn noch sehr viel später machen, wenn man sehr viel stärker ist. Okay. Ich habe wieder, oh Gott, ich habe wieder keine Heilung mehr. Lass mich Heilung kaufen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich so schlecht anspiele, falle ich level-up technisch sehr weit zurück gerade. Oh mein Gott. das war mein altes Herz nicht mehr so oft mit. Ich war an dem Punkt nicht mehr aufgeregt. Ich war an dem Punkt nur noch sauer. Wie eine Zitrone. Was will ich für heute eigentlich noch machen? Ich streame seit fünfeineinhalb Stunden. Sollen wir noch alles offen? Zum nächsten Aufbaus werde ich nicht gehen. Ah, was wird es halt davon, wenn wir noch die Hexen machen? Kommt das Spiel durch? Na. Was ist halt davon, wenn wir die Hexen noch in Angriff nehmen? Kainhurst wäre super. Gott, ich werde... Lass mich für Kainhurst bitte eine Plus-10-Waffe mitnehmen. Das ist alles, was ich mir wünsche. Na, wir müssen dafür zur großen Kathedrale. Oh. Oh, nein. Mir wird gerade bewusst, was in der Kathedrale wartet. Okay, wir schauen rüber, aber ich werde es nicht machen. Ich werde diesen Kampf nicht machen. Ich werde diesen fucking Kampf nicht machen, okay? Schlicht und ergreifend wird es nicht passieren. Nein. 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 Ich weiß nicht, ob ich den jemals geschafft habe, ehrlich gesagt. Oh, nein. Nicht die alte Frau, die immer so unfreundlich zu mir war. Warum? Warum? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, er... Oh, er... Oh... Was sagt ihr, wer es war? Die Person, von der ich davon ausgehe, dass dies vermutlich gewesen ist. Würden wir sie auf dem Dach der Mühle antreffen? Oh nein, da treffen wir sie an. Hallo. Das ist sehr wichtig zur aktuellen Zeit. Oh, was für ein gutes Zeug. Oh, das ist gutes Zeug. Sollen wir ihn umbringen? Dann ich glaube, er war es, ehrlich gesagt. Nein? Okay. Daneben nicht. Dann gehen wir zur Kathedrale, wo der wahre Spaß auf mich wartet. Ah, der wahre Spaß. Das ist kein Scam. Das ist einfach nur Demokratie. Sie gefällt oder nicht. Okay. Habe ich nicht ein paar... Ich habe ein paar Giftmesser. Würden die mir weiterhelfen? Da war Eileen irgendwo? Warte, war Eileen? Moment. Wo war sie? Sie würde einfach eins mit der Umgebung. Sie ist so gut getarnt. Warte, Blut da... Oh, Gott, Eileen! Oh, Gott, Eileen! Oh. Ist das du wieder? Ich bin Angst, dass ich ein bisschen blunder habe. Ich werde nur ein kurzer Rest. Aber... Ich habe keine Angst. Ich habe Blut genommen. Enough, um eine alte Frau zu retten. No more dreams for me. This is my last chance. What a fool I am. I'll have to tread carefully. But that thing still lies in wait. Turn back. This is my score to settle. Warten. Ich sage dazu nur, Eileen, für deine, äh, Leistungen, für die, äh, Yarnam-Community. Applaus an dich. Applaus an dich. Jetzt gehe ich da rein. Ich werde dich rächen. Ich werde sterben. Aber ich werde dich rächen. Sie hat doch gesagt, du sollst warten. Im Vergleich zu ihr bin ich, äh, keine 300 Jahre alt. Keine Ahnung, wie alt sie ist. Wahrscheinlich alt. Oh mein Gott, er macht zu viel. Das war nicht mal ein Versuch. Und dafür habe ich mein letztes, äh, Blitzpapier aufgegeben. Ist Eileen volljährig? Sie war volljährig, da, ich habe keine Ahnung, sie ist alt. Die Achse ist glücklicherweise nicht die optimalste Waffe. Weißt du was? Tut mir leid. Oh, hi. I'm afraid I don't have any more. Yeah, it's all sold out. Sorry, Charm. But you know, I'll try and get some more soon. Okay. Dann rutscht mir die Achse beim nächsten Mal vielleicht auch nicht mehr aus. Das Hauptproblem an dem Typ da oben ist, ich glaube, er kann sich auch heilen. Das ist das Schlimmste. Kann ich einer von den Riesen mit reingehen und mir im Kampf helfen? Eileen, wie geht's dir? Achso. Derjenige, der es angetan hat, wartet da drin in der Kathedrale darauf, dass jemand ihn herausfordert. Aber dreh um! Das ist nicht deine Aufgabe. Ich habe Energie in Form von 120 Echos gefahren, mein Freund. Oh mein Gott. Was hat er da gemacht? Oh, nimmt der Schaden? Okay, dieser Kampf ist so cheap. Zum Fick! Haben wir das gesehen? Ich meine, der hat auch 99er-Stats. Das erklärt einiges. Vielleicht werden wir den später noch mal besuchen. Ich gehe jetzt. Oh mein fucking Gott. Oh Gott. Nein, äh, ich denke, wenn du, ähm... Oh Gott, wie hieß es noch mal? Oh Gott, wie heißt es noch mal? Der eine Speer, mit dem man auch schießen kann, der sollte natürlich aus der Lage sein, so viel Schaden zu machen, wenn man den Countdown beim Gegner hinbekommt oder so. Der ist super stark. Aber sonst wird es eher schwer. Der Gewehrsperr. Oh, das reimt sich. Alter, wo will ich hin? Genau, wir wollten... Nein, Moment, dafür muss ich... Genau, deswegen wollte ich doch da hin. Wir wollten noch... Ich war... Ich habe nur... Ich war nur auf einem kleinen Umweg. Wir wollten noch zum Kathedralenbezirk. Ich habe den mal mit dem Gewehrsperr auf der Treppe gecheesed. Wahrscheinlich ist das auch einer, der für, äh... Ähm, der für... Koop okay ist? Oh mein Gott. Ich weiß wirklich nicht, wie man den am besten besiegen soll. Der macht halt so viel Schaden. Oh, hallo. Oh, hallo. Ja. Bring mir beim nächsten Mal lieber noch ein bisschen was, oder... Ganz recht. Also. Was hast du mir bis zum nächsten Mal zu bringen? Mehr vor dem Stoff. Shit. 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 Ich dachte, das passiert nicht, weil ich ihn nur mit der Faust schlage. Ich dachte, die Faust macht so wenig Schaden, dass egal ist. Ich weiß nicht, wie ich... Oh Gott. Man kämpft hier draußen gegen ihn. Das ist ja nicht immer eine richtige Arena. ist er jetzt immer noch hier? Oder ist er jetzt woanders? Ich habe das Gefühl, da ist kein optimaler Ort, um gegen ihn zu kämpfen. Oh. Oh. Das war guter Schaden. Komm mal hier rüber. Au. Okay. Kräer ernsthaft. Das ist... Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Komm schon. Ich war doch hinter dir. Au. Der ist gerade hinter mir noch aufgetaucht. Warum sind die... Warum... Lass mich doch in Ruhe. Hier ist gerade echt ein schlechter Zeitpunkt. Ich auch nicht. Dass wenn ich hier reingehe. Fuck. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe mich nicht. Einmal Lieblings-NPCs. Wirft auf die Beste nochmal ein anderes Licht. Inwiefern. Also. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ich möchte einfach nur anmerken, ich wurde in diesem Kampf sabotiert. Das war ein Hit. Das war so ein Doppel... Oh mein Gott. Ich muss nicht wieder deine treuige Geschichte erzählen oder so. Ja. Ziemlich sicher ist so eine Definition von dem, was wir eine Bestie nennen, passt. Oh Gott. Yes! Ich habe kein Gewehr. Nein! Bestie! Du Biest! Wir haben das Biest erschlagen. Wir haben die alte Frau, die mich immer so schlecht behandelt hat, gerecht. Ich schätze, es wird auf ewig ein Geheimnis bleiben. Bleibt Alena, ich würde den Rest des Spiels da oben jetzt liegen. Also habe ich noch mehr Zeit, sie zu rächen? Denn zum Beispiel im Zeitpunkt bin ich nicht bereit dafür. Ich hoffe doch, die Antwort ist ja. Da oben dann links entlang. Oh ja, Eileen. Äh, Eileen, ich komme später nochmal, ja? Du wartest hier so lang. Blutunterlaufender Augapfel. Ein erlesener Augapfel, der schnell nach dem Tod oder vielleicht sogar davor entnommen wurde, öffnet das Siegel der alten Labyrinthintergräber. Das ist ein prachtvoller Augapfel. Sehr erlesen. Elster, glaube ich. Eileen bleibt so lang, wie ich den Typ besiegt habe. Ja, das gibt mir eine Menge Zeit. Der gute Wald. Die gute Sache ist, den kann man eigentlich viel früher machen. Das heißt, ich bin relativ overpowered hierfür und das weiß ich sehr zu schätzen. denn hier sind, hier sind ein paar Scharfschützen und, oh ja, die Typen. So, bin ich nicht so viel stärker, als ich dachte, gegen die, aber okay. Einfach weiterlaufen. In dem Stück von dem Wald kann man auch, oh Gott, eine Menge Zeit verlieren. und sie haben es für unmöglich gehalten, das zu überleben. Oh, gib auf, du bist doch bereits tot, haben sie gesagt. Oh, fuck. Hier spawnen übrigens zusätzliche Gegner, wenn man genug Einsicht hat. Der hier zum Beispiel ist, ich glaube, wenn man, ich glaube sogar ab 30 Einsicht spawnt der hier zum Beispiel. Passenderweise. Tipp für ein Bloodborne-Noob. Ah. Ich habe keine Ahnung. Schau, ich gebe immer wieder mal Echos für Blutviolen aus und so dir gute Stellen, wo du welche farmen kannst. Denn daran wird wohl kein Weg vorbeiführen. Hallo, Dorfbewohner. Fürchtet nicht. Ich bin nur auf der Durchreise. Seht ihr, der spawnt auch noch eine gewisse Menge Einsicht. Dickes Kaltblut. Ich glaube, das war der falsche Weg gerade. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Denn da ist der falsche Weg. Gehen wir weg. Gehen wir alle weg. Das ist, das ganze Dorf ist komplett außer sich. Jetzt muss ich gehört haben, dass hier ein echter Jäger da ist, um sie alle umzubringen. Können sie gar nicht mehr einkriegen vor Spannung. Ich wünschte, du wärst nicht hier. Das war nicht cool. Komm schon. So sieht es also in Bayern auf dem Land aus. Ich weiß nicht, warum spezifisch in Bayern, aber wahrscheinlich. Was macht, was macht Dörfer in Bayern mehr dorflastig als welche im Rest von Deutschland? Da ist eine Erklärungsnot. Er hat zwar nichts geschrieben, aber dennoch. die sprechen wie Hinterwäldler. Aber das Wort Hinterwäldler kommt nicht von der Welt, sondern vom Wald. Du hast dich gerade selbst schuldig gemacht. Keine Sorge, Leute aus bayerischen Dörfern da draußen. Ich, äh, ich, ich, ich stehe hinter euch. Hohe NPD-Wählerschaft. Das ist absoluter Schwachsinn. Habe ich das Gefühl. Ich meine, ich habe keine Ahnung, aber ich, 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 ich denke mal nicht. Vor allem gibt es so die Wählerschaft von irgendwelchen, äh, rechten, populistischen Parteien auch, äh, die gibt es auch in der großen Stadt. Auch viele davon, die man immer wieder mal sieht. Ich komme selbst aus Bayern und, äh, viele wählen dort CSU-AfD und NPD hat mehrere Freunde vom Dorf, die es bestätigen. Ja, ja. Kann ich mir generell vorstellen, so auf dem Dorf, äh, wie eine Sache ist. Aber gleichzeitig. Nicht sicher, ob es, äh, Bayerns zwangsweise, äh, mehr ist als sonst irgendwo. Der Dorfnahrt, der gibt halt immer den Dorfnahrt. Ach ja. Ah, nein! Die, 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 kick mich nicht einfach darunter. Geh mit dem Hammer weg! Ich als Ostdeutscher weiß nichts, was Nazi-Probleme bei uns. Ja. Ey, ich weiß nur, dass, äh, die AfD bei, äh, die war bei mir am, äh, Wahlkreis, äh, beim letzten, äh, bei der letzten Wahl relativ stark. Ich glaube, da waren sie auf Platz 3. Sind wir auf Platz 5 oder so abgesunken inzwischen. Das heißt, da dachte ich mir, ja, ich dachte, sie wären höher, ehrlich gesagt, bei mir in der Gegend, aber da dachte ich mir, ja, doch. Ich weiß nicht zu schätzen. Ich weiß, den Support zu schätzen da draußen. Au. Oh, mein Gott. Okay. Der Typ, der um der Brandbomben wirft. Könnt ihr bitte aufhören? Hör auf damit! Oh, wie stimme ich überhaupt die ganze Zeit? Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Also ich für meinen Teil wäre lieber im Süßland aufgewachsen als im Sauerland, aber es liegt vielleicht an mir. Okay, da hinten ist er. Er ist sogar runtergesprungen um mich weiter mit seinem dummen... Und dann schlägt er mich mit seinem Messer und macht auch noch Schaden damit. Nein! Ich bin immer... Ich bin entweder zu früh oder zu spät. Kennt ihr da? Das ist mir bitte keine dumme Kopf... Hör auf damit! Warum hast du diese Angriff überhaupt? Ich glaube, die Kopfnuss ist mein liebster Souls-Angriff. Das macht dich mal Schaden. Das ist einfach nur eine Kopfnuss. Die beiden hier sind übrigens ein hervorragender Ort. Wenn ihr Anfänger seid in dem Spiel, die beiden sind ein guter Ort, um einfach Blutviolen und Echos zu farmen. Ich glaube, es gab ja auch einen Fahrstuhl, mit dem man direkt hier hinkommt. Das ist ein bisschen eklig hier drin. Was war der schnellere Weg hierhin? Ah ja, man öffnet die Tür hier vorne und rennt man einfach rüber. Genau das war's. Aber ja, die beiden zu killen, die droppen oftmals auch vier Fiolen selber. Das heißt, ich habe das Gefühl, es ist eine gute Route. Es ist eine gute Route. Der Bild halt auch erst im Endgame abgelöst. Das ist super. Ja, im Endgame... Gott, der Farmingweg im Endgame, der ist so absurd gut. Ich glaube, da macht man so 200.000 Echos in 10 Minuten oder so. Keine Kopfnuss. Nein! Das ist keine Kopfnuss. Dankeschön. Okay, hör auf. Er hat mich noch fast gekillt. Die Schweineanus-Farm. Unter anderem. Au! Warum werde ich hier die ganze Zeit mit dem Hammer herumgeschubst? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hätte gerne ein paar Beast Blood Pellets, ehrlich gesagt. Wo sind die? Ich sehe nichts. Spiel! Oh, da oben. Wenn man sich aus diesem Kampf rausworbt. Oh Gott, was ist das? Wenn man sich aus diesem Kampf rausworbt und dann seine gesamte... Oh Gott, ich muss schauen, wo die Hexe ist. Und dann seine gesamte Einsicht aufgibt. Dann spawnen hier keine von... Spawnen die Gegner nicht. Was relativ interessant ist. Hey! 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 Hier habt ihr euch gesehen. Das war kräftiger Damage, möchte ich einfach nochmal anmerken. Oh mein Gott, der war auch gut. Das Problem ist nur, ich weiß nicht ganz, wo sie jetzt gespawnt ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Denn sie könnte auf dem Weg zur Leiche von der anderen sein, um die wieder zu beleben. Und das wünscht sich ja... Oh, da ist sie. Nein! Hör auf! Das war ein hervorragender Kampf soweit. Würde ich einfach mal sagen. Ist die Puppe nicht auch tot, wenn man keine Einsicht hat? Ich glaube, wenn sie einmal lebt, dann bleibt sie auch bestehen. Aber kann sein. Außerdem der echte Goldie, 18 Monate. Resub. Vielen, vielen Dank. Ich will auch meine Einsicht jetzt ungern alles ausgeben. Und danke, Runenwerkstatt. Schau ich den Typen an. Gefesselt. Ist bestimmt... Ist bestimmt... sexuelles Ding gewesen. Bis zum bitteren Ende. Ich habe das Gefühl, wer zu den Hexen geht, der sollte... Der weiß, was einen erwartet. Einsicht ist ein super cooles Feature. Vor allem, weil es auch lore-technisch Sinn ergibt. Weil man sieht im Spiel selber verschiedene Dinge mehr, wenn man mehr Einsicht hat. Zum Beispiel erkennt man, dass die ganze Welt voll mit Amygdalas ist, aber... Das wisst ihr nicht von mir. So, apropos. Wir könnten eigentlich auch mal eben hier rüber schauen. Hier ist nämlich ein Einsichtshop. Was können wir hier alles kaufen? Schrott? Ich mache ein Pfeuerpapier. Ist okay. Schrott? Uh. Uh. Ich meine, wie soll man zu Gascoins Outfit Nein sagen? Ich habe sogar seine Ausrüstung. Oh. Das Blut. Der süße Geschmack des Bluts. Irgendwie sowas sagt er immer. Also verkehrt Acht Monate. Re-Sub. Wie viel lieben Dank. Oh. Hier haben wir was Neues. Nein, das ist nichts Neues. Moment. Das ist aber was Besseres. Physischer Angriff plus 4,2%. Und das ist ein Level 1 Edelstein? Okay. Welk, was ist es? Äh, ich würde gerne Level Ups machen, ehrlich gesagt. Was für welche will ich machen? Ich glaube, ich hätte gerne mehr Ausdauer. Ah, das ist mir nicht alt. Aber gut. Dann würde ich sagen... Wir sind so weit fertig für heute. Wir sind so weit fertig für heute.